Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 32. Wir nehmen auf am 22. Oktober. Wir blicken gleich auf eine Siegesserie fast schon zurück. Wir, das sind in diesem Fall ausnahmsweise zunächst mal nur zwei Leute. Meine Wenigkeit Gunnar Schmid und am anderen Ende der Leitung Michael Weberer. Hallo Micha. Ja, die Sonja werdet ihr sicher vermissen. Zurecht. Die wird aber nicht völlig fehlen. Die wird uns im Laufe der Sendung noch live aus dem benachbarten Ausland zugeschaltet. Wenn alles klappt. Und kann dann direkt von ihrer aktuellsten Groundhopping-Tour berichten. Das wird es euch aber später alles selbst erzählen. Wer jetzt also nur eingeschaltet hat für genau das Groundhopping-Segment, ich weiß, da gibt es einige Hörer. Auch Gruß an den Jensen an dieser Stelle. Schaut einfach in die Kapitelmarken. Das wird wahrscheinlich gegen Ende dann irgendwann sein in dieser Sendung. Ja, soviel dazu. Dann gleich noch kurze Hausmitteilung. Wir sind jetzt auch auf Spotify zu finden. Falls das jemand lieber nutzen möchte, als uns über andere Wege zu abonnieren oder Webplayer zu hören. Wir sind jetzt auch bei Spotify. Einfach nach Niemals Erste Liga suchen oder dem Link folgen, den ihr in den Shownotes findet. Und dann könnt ihr uns auch da anhören. Gut, Micha, uns geht es gut, oder? So als SVW-Fans scheint uns gerade so ein bisschen die Sonne aus dem Hintern. Wollen wir gleich in die Spiele einsteigen oder hast du noch was vorneweg? Ja, ich weiß gar nicht, über welches Spiel ich zuerst und am liebsten reden will. Ja, wir können uns eigentlich, ja, ich würde vorschlagen, wir arbeiten uns wie üblich chronologisch durch. Und dann haben wir das Tollste zum Schluss. Oder möchtest du gleich, möchtest du rückwärts anfangen und mit dem Karlsruhe-Spiel anfangen? Wir können ja nicht sämtliche Ordnung über den. Richtig, ja, also das wäre ein bisschen zu viel der Änderungen auf einmal. Ja, dann legen wir los mit dem Spiel von vor zwei Wochen. Sonntags ein Heimspiel gegen den Halleschen FC. Und ich war nicht da, aber du und auch die Sonja, ihr wart im Stadion. Dann erzähl mir und uns doch mal kurz, was da passiert ist. Genau, ich war der Einzige, der von uns, oder war der Einzige, der im Stadion war und jetzt hier ist, bei der Aufnahme. Ja, genau. Eine gute Schnittmenge. Ja, also es war jetzt an, wie festgestellt, unserem neuen Regelspieltag, dem Sonntag, waren, jetzt habe ich das gar nicht geguckt, ja doch, es waren knapp über 2000 Fans. Das lag hauptsächlich daran, dass Halle ein paar mehr Fans mitgebracht hatte, wie die letzten Gegner. Ja, es ging im Prinzip so, bevor das Spiel richtig anfing, war Halle auch schon in Unterzahl. Also wir hatten ja vorher schon gesagt, dass Halle wenig Gegentore gefangen hat, aber auch zwei Spiele noch nachzuholen hatte zu dem Zeitpunkt. Und da hat dann wohl der Herr Gutau, hat wohl sein Startelfdebüt gegeben für Halle und hat sich dann in der ersten Viertelstunde gleich zwei Foulspiele geleistet, die jeweils mit einer gelben Karte bestraft wurden. Das eine war so ein Check gegen Schäffler und das andere war dann, ja, da ist er dem Kuhn, glaube ich, auf den Fuß getreten. Und ja, sicherlich, man hätte es da sicherlich auch nochmal bei einer Ermahnung lassen können, aber ich glaube, das war dann auch mehr so die Situation, dass er da eben auch eine Chance von uns mit unterbunden hat. Also, oder zumindest ein Gegenstoß von uns. Und ja, damit war der SVW in Wiesbaden in Überzahl, was ja zuletzt nicht so erfolgsversprechend war. Nee, da haben wir nicht nur gute Erfahrungen mitgemacht. Genau, und es war dann aber tatsächlich so, dass direkt nach dem Platzverweis unsere Jungs auch Druck gemacht haben. Was dann letztlich auch in der Führung zwei Minuten nach dem Platzverweis, nach 17 Minuten endete. Und zwar war es da so, dass Kuhn einen satten Schuss abgelassen hat, so von der Strafraumkante. Und der ging dann an die Unterkante der Latte, sprang zurück ins Feld und den konnte dann Chi-Re einköpfen. Ja, an der Stelle muss ich gleich unterbrechen. Wir haben jetzt seit der letzten Folge ja gelernt, er heißt tatsächlich Chi-Re. 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 Okay, Chi-Re. Kofi hat den halt reingemacht. Rufname Kofi, das ist einfacher, ja. Genau, also der spielt ja jetzt mehr oder weniger fest neben Schäffler im Sturm. Genau, das so. So viel kann man sagen. Und das macht er ganz gut. Ja, auch das kann man so sagen. Genau, also die Ausgangslage war, dass Schäffler geschossen hat, der Ball abgefälscht wurde und der dann halt zu Kuhn kam, der dann auch wieder halt, der da auch dann drauf schweißt. Und genau, dann hat es nochmal fünf Minuten später, hat dann der Schiri noch den Gästetrainer auf die Tribüne geschickt. Okay. Gut, das hatte den Effekt, dass er dann in der Haupttribüne mit der ersten Reihe saß, was so ungefähr Luftlinie 20 Meter von der Hallischen Bank war. Na immerhin, wo war denn das kürzlich? Da habe ich doch irgendwas gesehen bei irgendeinem Amateurspiel, wo dann auch ein Trainer dann aus des Innenraums verwiesen wurde. Und dann ist er halt genau einen Meter hinter den Trennsaun dann gegangen. Ja, so ist es dann. Ja, auf jeden Fall, gut, danach, ja, Führung, Überzahl und dann haben sie so gespielt, wie man es eigentlich auch so kannte aus der Vergangenheit. Also im schlechten Sinne. Ja, genau, also Verwaltungsmodus an, so hat es sich zumindest angefühlt, so den Rest der Halbzeit, der ersten Halbzeit. Was allerdings auch dazu kam, war, dass Halle jetzt kein, also die haben, Halle hat ihr System null umgestellt. Also die haben, die haben sich nicht versteckt, die waren weiterhin auch bemüht um einen Spielaufbau. Und das war durchaus ansehnlich, allerdings wurde es nur noch einmal gefährlich in der ersten Halbzeit. Da hätten sie dann aber auch aus, das war wirklich eine kurze Distanz und ich weiß gar nicht, wie der den dann auch drüberköpfen konnte. Also ich glaube, das ins Torkopfen war eigentlich einfacher, aber gut, da hatten sie dann, oder hatten wir dann ein bisschen Glück. Und genau, dann in der zweiten Halbzeit waren wir, oder waren die Jungs auch eher etwas passiv, standen aber defensiv gut, also ließen da nicht viel zu. Ja, bis dann Stefan Andrist, Eckfahne-Gegner, ja, relativ, ich weiß gar nicht, wie ich es beschrieben habe, es war unnötig, es war unmotiviert und es war dumm. Also der Gegenspieler, also der Verteidiger hat den Ball, er rennt zu ihm hin, setzt zur Grätsche an. Das ist letztlich keine brutale Grätsche, er zieht es auch nicht durch, aber er trifft ihn dann eben mit dem Stollen am Schienbein schoner. Klar, der fällt und da er einen schönen Anlauf hatte, zieht der Schiri dann auch rot. Ja, und ich glaube, er hat halt auch so die offene Sohle gehabt, ne? Also das ist, glaube ich, das ist halt potenziell gesundheitsgefährdend, ne? Also das kann halt böse ausgehen, sowas. Auch wenn er jetzt, glaube ich, Kaupen gar nicht richtig erwischt hat, aber da zählt dann die Intention schon. Genau, also der hat, genau, mit dem abgespreizten Fuß eben dann, ja, im Spielbericht vom Kicker steht, dass er Leuch trifft, das glaube ich jetzt nicht, aber, ja, genau. Ja, auch für Fouls am eigenen Mitspieler kann es rote Karte geben. Ja, durchaus, durchaus. Also Leuchert saß ja zunächst auf der Bank und Kuhn gab sein Startelf-Comeback, meine ich, da. Und dann kam er aber da für Minzel zur Pause rein. Ja, gut, somit war es dann 10 gegen 10. Da war es dann auch so, dass dann, ich glaube, kurz vor Schluss Halle nochmal eine gute Chance hatte, so ein Pass von außen, den dann der reingrätschende Stürmer eben nicht erwischt. Und, ja, dann war es letztlich so, dass auch der eingewechselte Schmidt nach einer abgewehrten Ecke von Halle eben, ja, mit einer sehenswerten Aktion, das Spiel dann entschied. Also er hat ihn dann aus der eigenen Hälfte mit Tempo nach vorne getrieben. Da war es noch ganz witzig, weil auch der eingewechselte Brandstädter hat dann auf den Pass gewartet von ihm. Das war dann, glaube ich, noch ein Gegenspieler, ein Verteidiger. Und sie waren eben in Überzahl. Schmidt spielt den Ball aber nicht, sodass irgendwann Brandstädter auch im Abseits gestanden hätte. Der hätte sich dann schon so aufregt und so die Hände Richtung Himmel. Und, gut, der Schmidt aber an dem vorbeizieht und sie dann, ja, Richtung Torlauf. Und dann spielt er eben dann noch den Ball doch noch quer auf den dann hinter dem Schmidt stehenden Brandstädter und der dann eben den Ball ins Tor schiebt. Und, ja, dann war eben, war das Spiel entschieden. Und man ist, ja, wieder ohne Gegentor geblieben. Der Schmidt hätte fast sogar noch das 3-0 gemacht ganz am Schluss, ne? Stimmt. Dann hatten wir in der Nachspielzeit sogar noch, ich weiß gar nicht, ich hatte den dann neben den, war das ein Schuss, glaube ich, geht er neben den. Der wurde noch geklärt. Ja, das war dann, genau, das war dann auch ein Ding, wo er am Torwart vorbei ist und den Ball dann auch wieder ins Tor schieben will, aber dann eben noch ein Verteidiger angegrätscht kommt oder angerutscht kommt. Und, ja, das wäre dann aber auch ein 3-0 wäre dann wirklich ein bisschen, ein bisschen viel gewesen. Ja, so war es eben, ja, ein nicht so spektakulärer Sieg. Also, ich habe im Nachhinein gelesen, ich glaube, gerade die zweite Halbzeit wäre oder sei mit die schwächste der Saison gewesen, hatte ich irgendwo das Zitat gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her hatte, ob das jetzt vom Spieler oder Trainer kam. Jedenfalls waren sie selbst nicht zufrieden, ne? Ja, genau, also letztlich, wenn du, also Halle, wie gesagt, kein durchaus guter Gegner, aber klar, mit den Spielvoraussetzungen, dass du eben in Überzahl stehst und in Führung bist, haben sie wirklich zu wenig gemacht und ich meine, es ist ja auch unabhängig von der eigenen Geschichte bekannt, dass auch eine Mannschaft in Unterzahl durchaus mal mit einem Standard oder auch mit einem Konter, je nachdem, was eben oder durch einen individuellen Fehler, die durchaus ausgleichen können, sodass du da natürlich auf das 2-0 drängen musst, was ja dann, ja, was in letztlich so ein 2-0, mit einem Mann mehr ist ja eigentlich immer so eine Vorentscheidung. Ja. Das haben sie dann eben erst sehr spät gemacht. Es war kein, letztlich dann, so wie es lief, kein gutes Spiel, zumal du halt auch mit der Dummheit von Andrist eben dich dann des Vorteils beraubt hast. Aber klar, da haben die ja auch schon fast eine Stunde in Unterzahl gespielt und dann dementsprechend auch ein bisschen Körner gelassen, ja. Aber trotz allem fand ich Halle, ja, gut, die haben ja jetzt letztlich, die stehen ja in der Tabelle zwar ein paar Plätze jetzt hinter uns, aber immer noch gut da. Zu dem Zeitpunkt waren sie, glaube ich, sogar noch vor uns oder punktgleich oder irgend sowas. Trotz weniger Spiele, die hatten ja jetzt noch zwei Nachholspiele. Ja, zwei Nachholspiele. Genau, also das, genau. Von daher, trotz allem war das jetzt eine eher durchschnittliche Leistung, ja. Ja, Andrist können wir noch ergänzen, der hat zwei Spiele Sperre bekommen. Das ist, glaube ich, für eine rote Karte so mehr als Minimum. Also ich meine, zwei ja tatsächlich jetzt auch nicht schlimm. Aber ich dachte mir noch, vielleicht ist das auch, wenn man mal das Gute am Schlechten sehen möchte, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, wenn er mal so ein, zwei Spiele raus ist. Denn in letzter Zeit fand ich den nicht so überzeugend. Also da war doch viel so, weiß ich, dass er so ein bisschen durchhing und, ja, halt eben nicht so die guten Aktionen hatte. Und vielleicht ist das einfach ganz gut, wenn er mal ein Momentchen draußen ist und sich seinen Platz auch wieder ein bisschen neu erkämpfen muss. Ja. Ja, also stelle ich einfach mal so in den Raum. Ja, also er wird's, wenn wir jetzt mal gucken, wie es die beiden Spiele dann ohne ihn lief. Ja, ist dann eben die Frage, was der Trainer dann macht, wenn er wieder spielen darf, was ja dann gegen den HSV der Fall ist, ne? Richtig, also er hätte jetzt auch im Hessenpokalspiel, hätte er natürlich eingesetzt werden können. Die Sperre gilt nur für die Liga. Aber da können wir vielleicht, ja, oder können wir jetzt direkt überleiten. Oder wolltest du noch was zum Hallespiel noch ergänzen? Nö. Ne, so spektakulär war es nicht, ne? Letztendlich... Man war halt dann, man war halt dann einfach erleichtert, als es 2-0 fiel und man halt dachte, okay, da geht jetzt eben nix mehr schief. Und ja, man hat halt, ich hab jetzt, hä, ich hab jetzt leider den, äh, keine Statistik. Hast du da was nachgeguckt, wie das die letzten Spiele in Überzahl für uns ausging? Ne, hab ich jetzt nix parat. Aber wir hatten in der letzten Saison, hatten wir es, äh, einige Male, oder die letzten zwei Jahre eigentlich, äh, dass wir in Überzahl, glaub ich, äh, unterdurchschnittlich gespielt haben. Ich höre mich auf jeden Fall an das Ding gegen Rostock damals. Genau. Letztes Jahr war Rostock. Und war da nicht auch was gegen Meppen? Ähm. Oder haben wir das einfach auch nur blöd verloren? Ich, ähm, ich, ähm, ich krieg's jetzt grad auch nicht mehr zusammen aus dem Stand. Äh, ich mein, es wär noch ein zweites letztes Jahr gewesen, auch in der letzten Saison. Ja, äh, naja. Na ja, gut. Also auf jeden Fall, ähm, genau, war das dann, äh, ein Heimsieg und, äh, genau, dann ging's ja im Hessen-Bokal weiter. Genau. Beziehungsweise dann war erstmal Länderspielpause. Äh, diesmal gab's auch kein, äh, Testspiel, sondern tatsächlich, ja, dann zehn Tage Pause bis dann, äh, letzte Woche Mittwochs war das, glaube ich. Oder was Dienstags? Äh, Mittwoch. Mittwoch, ne? Äh, dann die Reise nach Kassel anstand. Ja, das Spiel werden wir jetzt ein bisschen kürzer beschreiben, weil keiner von uns da war und es auch keine Übertragung dazu gab. Aber, ähm, diejenigen, die mitgefahren sind, ich hörte von ungefähr 50 Leuten, äh, für die hat es sich gelohnt, denn es gab ein deutliches, äh, 6 zu 0. Ähm, auch wenn jetzt Hessen-Kassel nur noch in der Oberliga spielt, also sprich zwei Klassen, äh, unter dem SVW in Wiesbaden, äh, ist ein 6 zu 0 natürlich schon mal eine ziemliche Ansage. Ähm, da war viel vor allem auf, dass er eigentlich gleich die ersten, äh, paar Chancen alle genutzt haben. Ähm, äh, das war schon nach 20 Minuten, stand es schon 4 zu 0. Und dementsprechend war das Spiel dann schon erledigt. In der zweiten Halbzeit hatte Kassel dann wohl auch tatsächlich ein paar Chancen, äh, weil vielleicht auch Wien ein bisschen, äh, ja, es ein bisschen lockerer dann genommen hat oder ein bisschen weniger intensiv gespielt hat. Aber dann so in der Schlussphase gab es natürlich Guder und Brandstädter dann noch zwei Treffer. Und am Ende ein, ein 6 zu 0. Ähm, ja, also gerade in Kassel, da ging das ja auch häufig schon mal anders aus. Da haben wir es schon häufiger schwer getan. Das letzte Mal in, wann war es, vor drei Jahren im Halbfinale, äh, 1 zu 0 nach Verlängerung verloren. Und, äh, von daher ist das schon eine, äh, bemerkenswerte Sache. Ich habe gerade überlegt, wann wir denn das, äh, überhaupt mal so hoch im Hessen-Pokal gewonnen haben. Das hatte ich sogar tatsächlich nachgeguckt. Ähm, genau. Und das war 2014 gegen Lohfelden. Haben wir auch mal 6 zu 0 gewonnen. Doch, so lange her. Ja, es war eigentlich noch nicht so lange, ne. Ich meine, es sind ja nie so viele Spiele im Hessen-Pokal. Wir haben ja eigentlich immer nur, äh, 1, 2, 3 maximal. Äh, von daher... Moment, wir hatten, wir hatten jetzt schon zwei. Und ich dachte, es kommen noch zwei. Ah ja, genau, Achtelfinale. Vier Spiele haben wir pro, pro Saison, genau. Wenn wir ins Finale kommen. Ja, ja, also vier Spiele maximal, das meinte ich. Ja, hast recht. Genau. Ähm, genau. Lohfelden. Und es war auch, ähm, irgendwann hatten wir auch nochmal ein 7 zu 1 oder irgend sowas. Gegen wen war das? War das gegen Alzenau mal oder irgend sowas? Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist aber noch länger her. Genau. Aber so gegen Kassel ist ja jetzt auch nochmal eine Liga tiefer im Vergleich zu früher, ne. Genau, die haben ja lange Regionalliga gespielt. Die sind jetzt, glaube ich, diese Saison abgestiegen, also die vergangenen Saison abgestiegen. Genau. Und, äh, nö, also auch, dass sie da, äh, das dann, also nicht nur dann in die Höhe geschraubt haben, als der Gegner dann platt war, sondern dann direkt einfach das Ding glatt gezogen haben und dann kann es ja ein bisschen auslaufen. Genau. Interessant war da, das hatten sie auch vorher schon angekündigt, dass da jetzt nicht irgendwie groß rotiert werden soll, äh, oder so die, die Bankspieler mal an die Reihe, auf die an die Reihe kommen, sondern es war nahezu die erste Mannschaft. Ähm, Andrist hat auch da, war gar nicht im Kader. Weiß nicht, vielleicht hat er ein paar Tage Sondererlaub zur Belohnung gekommen, weiß ich nicht. Ähm, aber Morovca fehlte noch. Ich glaube, der hatte so ein bisschen, weiß ich, irgendwie auf Instagram, sag mal wohl, irgendwie in einem Bild, wie er sich irgendwie massieren ließ oder sowas. Vielleicht hatte er ja so leichte muskuläre Beschwerden. Der ist jedenfalls nicht mitgefahren. Aber ansonsten war es, äh, nahezu das, was jetzt in den letzten Wochen die erste Elf war. Und, äh, ja, dementsprechend, äh, flutschte das auch. Das war also, da haben sie sich wirklich dann halt auch in der Chancenverwertung belohnt. Ähm, und das, äh, hat sich dann auch ausgezahlt, jetzt am vergangenen Spieltag in der Liga. Aber da vielleicht, kommen wir vielleicht gleich zu noch, im Hessenpokal geht es jetzt weiter. Im Halbfinale. Äh, gegen entweder Kickers Offenbach oder Hessen Dreieich. Die spielen, ich glaube, morgen Abend, also am Dienstag. Ähm, und dann wissen wir, gegen wen wir da im Halbfinale spielen. Und das wird dann, äh, vermutlich im Frühjahr irgendwann sein. Äh, März oder April oder sowas in der Größenordnung. Das ist aber auf jeden Fall ganz schön. Äh, ist beides, äh, auch am Feierabend, äh, machbar. Ich hab gesehen, dass, äh, Offenbach gegen Dreieich ja schon so fast ein Derby ist. Ja, ja, klar, das ist, das ist ziemlich nah beieinander, ja. Das war mir gar nicht so bewusst, weil ich schon in der Ecke nicht so oft bin. Ja. Ja. Das ist eigentlich beides so mehr oder weniger so an der, an der 6,61 nur getrennt von der A3. Getrennt vom Offenbacher Kreuz. Ja, das ist auch für unseren, äh, für den Anfahrtsweg, äh, völlig egal eigentlich. Ja, ich würd dir lieber nach, äh, Dreieich. In Offenbach war ich schon ein paar Mal und ich hab da, glaub ich, noch keine guten, noch keine so guten Erfahrungen gemacht. Ich mein, wir haben da jedes Mal verloren, wenn ich da war. Es wäre jetzt, äh, nach Kassel, ja, könnte man so ein paar Serien brechen. Das wäre andererseits auch schön, ja, genau. Äh, in Offenbach gegen die Kickers zu gewinnen, hätte natürlich auch sein Charme. Aber gut, das sehen wir dann, wenn's soweit ist. Genau. Also, äh, in einem einen Pokalwettbewerb über, überwinteren wir schon mal. Mal gucken, ob's auch im anderen klappt. Gut, ja, dann, äh, jetzt am, äh, gestrigen Sonntag, das war ja ursprünglich, sollte das ja unser erstes Montagsspiel werden, ähm, wurde ja dann auf den Sonntag noch verlegt, nachdem Karlsruhe ja jetzt in diesem Moment, äh, glaube ich, seine Mitgliedsversammlung hat. Ähm, und deswegen wurde das dann auf, auf Sonntag noch verlegt. Und, ja, auch das ein sehr schöner Ausflug für die mitgereisten Fans, ähm, bei schönem Wetter im Wildparkstadion stehen und einen großen Sieg des SVW in Wiesbaden. zu bewundern. Äh, du hast erst später eingeschaltet, wenn ich das noch nicht mitbekommen hab, ne? Nein, 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 ich hatte pünktlich eingeschaltet, ich hab dich nur etwa... Ach, du hast mich nur getrollt. Du hast gefoppt. Gefoppt, nachdem ich dir, nachdem ich so in unseren kleinen WhatsApp-Chat, äh, reingejubelt habe und dann die Antwort kam, spielen die schon? Da war ich doch ein bisschen irritiert. Ich dachte, das war spannend, 3-0 war das, gell, oder? Ja. Ja, es kam vorher so von euch gar nichts, okay, Sonja war unterwegs, aber dass du auch gar nichts geschrieben hattest, äh, das hat mich dann doch ein bisschen irritiert. Ja, also ich hatte, äh, ich hab's dann, äh, ja, halt über den Fernseher geguckt, also Telekom über den Fernseher halt gestreamt und, ähm, was halt ein bisschen doof war, also ich mein, gut, ähm, ja, das Spiel ging ja auch, ähm, relativ verhaltenlos, ne, also die ersten 10 Minuten war ja mehr so ein Abtasten und, äh, in den eigenen Reihen Ball laufen lassen. Genau. Und nicht, nicht viel passiert. Und dann, ja, da war irgendwas gerade mit dem Sonemann und ich bin mal hingegangen und dann höre ich nur so im Hintergrund, und da ist das 1-0, ich so, ah, ja, 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 und dann hieß es nur Kapitän und keine Ahnung, ach nee, jetzt liegen wir hinten und dann habe ich aber gesehen, okay, die richtigen jubeln und dann habe ich es in der Wiederholung nochmal gesehen, das, äh, schön herausgespielte 1-0. Ja. Oder 0-1. Genau. Äh, richtig schön, das war eigentlich, äh, ja auch von, wie war denn das, ich glaube erst mal ein langer Ball von Mockenhaupt hinten raus, der dann vorher, äh, ich glaube, Schäffler legt den nochmal so zurück. Nee, der Verteidiger. Ah, der Verteidigerköpft. Der Verteidigerköpft. Der Verteidigerköpft blöd. Genau, richtig. Und dann, ähm, kommt, äh, Schwadorf an den Ball, spielt mit Schäffler Doppelpass auf der linken Seite. Äh, und dann siehst du richtig schön, wie er den, den Kopf oben hat und, und sucht, wo sind seine Mitspiele, also jetzt nicht einfach blind reingeflankt, sondern wirklich mit Auge, hat er auch den Platz dazu und dann eine flache Reingabe. Die wird noch so ein bisschen zurückgelegt und da bin ich nicht sicher, wie viele Leute da tatsächlich dran waren. Das ließ sich so, ähm, im Fernsehbild nicht richtig erkennen. Ich dachte erst, dass Kieré dran war oder ob auch, ähm, äh, Schipnoski da in der Mitte irgendwie noch einen Fuß drin hatte. Er wurde auf jeden Fall zurückgelegt. Genau. Das sah auch gewollt aus. Ja, so 100% sicher bin ich nicht, aber jedenfalls kam er dann so in den, äh, so, ja, aus dem Strafraum wieder zurück. Aber daher kam dann halt, äh, Hofzer angerannt und hatte freie Schussbahn und, äh, macht das richtig gut, äh, dass er halt nicht einfach blind draufbolzt, was vielleicht auch der ein oder andere getan hätte, so mit Sicht auf ein, mehr oder weniger freies Tor, sondern, äh, wirklich genau zielt, guckt, wo der, der Verteidiger kommt ja noch reingesprungen, der Torwart springt, aber trotzdem er zielt, schön mit leicht Effet, setzt dann genau ins rechte Untereck. Also, finde ich ganz hervorragend. Ja, wollte ich gerade sagen, also ganz so frei, also er kam natürlich frei zum Schuss schon, aber, äh, viel Zeit hatte er nicht, ne, also er musste dann schon auch zügig abschließen, weil eben der Verteidiger, äh, ankam. Ja, ja, genau. Aber er hat zum Handel gezwungen, ja. Genau, so platziert und auch, äh, festgeschossen, dass der Torwart da zwar das noch versuchen konnte, aber da keine Chance hatte und das war natürlich, ja, mit der ersten Aktion auch direkt die Führung und, äh, das war natürlich, äh, ja, war natürlich stark, ja. Ja, das ist auch ganz schön, also, äh, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich unbedingt noch mal da den, wenigstens die Highlights, äh, anschauen, äh, zum Beispiel bei Telekom oder aber auch, ich glaube auf hessenschau und bei SWR und sowas, da gab es auch irgendwie kurze Spielberichte, ähm, da sieht man halt auch so eine, so eine Hintertorkamera, also quasi aus, oder, oder, äh, äh, quasi aus Sicht des, äh, des Torschützen, also aus Hofza, wie er quasi dann da so, äh, dass das Tor anvisiert und der Schuss so leicht im Bogen und halt wirklich genau unten ins Eck passt, ähm, ja, hat mal richtig schöne Kameraeinstellung dazu. Ja, genau, das war so nach zehn Minuten, erster Angriff, 1-0, da war man ja schon mal so als Kassenpatient schon ganz ziemlich glücklich, aber, ja, also, wirklich, in Karlsruhe hatte ich mir nicht, nicht viel ausgerechnet, äh, weil das sind so typische, so irgendwie, naja, hinten ziemlich dicht und dann gewinnen sie irgendwie so 1-0, so, so Kandidaten sind das ja häufig, ne. Ja, ich hab mich auch an das, ich meine, letztes Jahr war es doch so, da haben wir auch 1-0 geführt und haben dann noch 2-1 verloren da, da ist doch irgendwie, glaube ich, Minzel hat dann die Führung gemacht und irgendwas und dann. Stimmt, das war, das war ziemlich am Anfang der Saison, ja. Das war doch, wo Notnagel dann noch den Ausgleich hätte machen können und so, und sowas hatte ich mir dann so am Anfang gespukte, das noch so in meinem Kopf rum erst, ja, das war echt, ja, cool, dass wir führen, aber, hm, jetzt erst mal gucken, wie das so weitergeht. Ja, genau, und dann eigentlich auch schon, achso, genau, da gab es einen Freistoß von, von Kuhn noch, der war noch relativ gefährlich, da musste der Torwart schon mal eine ordentliche Parade dann zeigen. Das war so von der, von der linken Strafraumseite, wo man so direkt draufzieht, war eigentlich auch ganz gut. Und dann kam ein interessanter Angriff, wo erst, äh, Rofzer mit so, mit einer Grätsche im Mittelfeld den Ball erobert und direkt auf Schäffler passt. Und da denkst du, okay, das sind jetzt noch so 25 oder 30 Meter oder irgendwas bis zum Tor und, äh, jetzt müsste er eigentlich rausspielen, damit er selbst halt in den Strafraum gehen kann. Rechts war auch Schipnowski mitgelaufen. Ja, der, der hatte auch, genau, der hatte auch ein bisschen Platz, auf jeden Fall. Rechts. Ja, genau, also, ich dachte auch, äh, in dem Moment, wo er da so, äh, so anläuft, denke ich, okay, jetzt muss der Pass rauskommen und als ich dann sehe, dass er so zum Schuss ausholt aus über 20 Metern, dachte ich, das ist jetzt echt ein verschenkter Ball. Also, das dachte ich wirklich in dem Moment, äh, das, äh, ein bisschen, ein bisschen egomäßig. Aber, äh, wer war's, Rehm oder Hock oder irgendwas, dachte das dann auch irgendwie im Interview, äh, wer nicht schießt, kann nicht treffen, ne? Schöne Weisheit. Ähm, tatsächlich war der Schuss, äh, ja, schon ganz gut. Und dann tut uns natürlich der gegnerische Torwart einen Gefallen und, äh, kann nicht festhalten und auch nicht nach außen abprallen, sondern lässt ihn mehr oder weniger in die Mitte abprallen. Und da kam dann Kireh, der momentan, äh, überrichtig steht und, äh, ist schnell genug zur Stelle und, äh, schießt ihn zum 2-0 ein. Genau, es war halt ein Schuss, der flach kam, der ziemlich auf den Torwart kam. Das einzige Gute an dem Schuss war, dass er einigermaßen fest war, aber aufgrund der Distanz eigentlich auch kein Problem. Ja. Ja, und dann gut, der Upov ist ja eigentlich ein sicherer, äh, Keeper wohl und, ähm, ja, hat den Läschen halt prallen. Ich meine, auch das wäre, glaube ich, äh, bis 90 vielleicht zu hoch, aber ich hätte, ich habe ja sogar gedacht, so, in den meisten Fällen wäre auch das noch gut gegangen, weil dem Schuss nachzugehen, das macht auch nicht jeder in der richtigen Geschwindigkeit. Also ich glaube, äh, ja, dass Kireh da lauert und auch im Tempo drauf geht, das war natürlich schon, klar, es war ein Geschenk letztlich, aber der kam halt auch nur gerade so dann noch vom Keeper dran, um den dann abzusteigen, ne? Genau, also, den hätte nicht jeder gekriegt, ja. Wenn der einen halben Schritt später kommt, blockt der, äh, äh, Upov den, ja, dann mit der Hand irgendwie noch den Ball ab, ähm, aber klar, das war natürlich dann, es war auch ein Gegenstoß und, ja, darfst du, darfst du, äh, so nicht fangen als, als KSC, ja. An der Stelle muss ich gerade nochmal so ein bisschen, äh, mich über den Telekom-Kommentator echauffieren, als er das dann, äh, die ganze Zeit, also rechtfertigen wollte, äh, dass der Torwart in die Sonne geguckt hätte und du siehst halt wirklich ganz klar, also anhand vom Schattenwurf, der hat die Sonne halt, äh, ganz garantiert nicht neben sich, ja, die, die steht eher so seitlich, vielleicht sogar leicht hinter ihm, ja, also das ist halt ein Riesenunfug, der kann da überhaupt nicht in die Sonne geguckt haben, ne? Also wenn, dann hat er natürlich dann in die völlig falsche Richtung geguckt, dann will das auch erklären, warum den Ball erst, äh, prallen lässt, aber, äh, das war echt Unsinn. Und, wo wir gerade bei dem Kommentator sind, der ging mir dann auch auf den Keks, ja, tatsächlich, die ersten zehn Minuten waren ziemlich fad, äh, weil da eigentlich beide Mannschaften noch nicht viel gemacht haben, aber das hat er dann irgendwie, das ganze Spiel hat er dann noch drauf rumgekaut, äh, wie schlimm der Anfang gewesen wäre und, äh, also das, das kann ja auch mal irgendwann gut sein, ja. Wer hätte das gedacht, nach den zehn Minuten am Anfang? Ja, wirklich. Dass sich da so ein Spiel entwickelt. Ja, ich meine. Ja, im Prinzip, was hat sich denn für ein Spiel entwickelt? Äh, gut, wir haben geführt, dann hat er der Torwart gepatzt, dann ist der Schiri kurz durchgedreht und hat alles gefiffen, äh, was im Strafraum passiert ist und, äh, dann stand's halt, ne? Das stand's halt, 3-1. Ja, richtig. Um jetzt mal kurz vorwegzugreifen. Ja, genau, da sind wir eigentlich auch schon direkt, da geht's ja weiter, äh, das war ja auch nur ein paar Minuten, ähm, nach dem 2-0, äh, gab's nämlich eine Ecke, eine Ball kommt da reingeflogen und eher so, ja, jetzt, der Ball kommt tatsächlich so ein hinteren Teil des Strafraums zu Darmes. Ach so, mhm. Ja, schon, der kam schon gezielt dahin, ne? So, so, Richtung Elfmeterpunkt. Richtung Elfmeterpunkt etwa, ja, genau. Und, äh, ja, das hinter Darmes ist halt, äh, Mark Lorenz, der ihn erst so ein bisschen festhält und dann so einen kleinen Schubser mitgibt. Ja, also ich mein, es bringt ihn tatsächlich vielleicht so ein bisschen aus dem Tritt, äh, dass er halt dann nicht mehr so sauber köpfen kann, wie er es ansonsten vielleicht getan hätte, aber, äh, dann dafür, für den Schubser, den Strafstoß ist schon, schon hart, äh, muss man, muss man so sagen. Oder wie, wie, wie hat's, wie fandst du's? Äh, ich fand halt, dass man das anhand der, ähm, auch an der, ähm, anhand der Fernsehbilder, äh, nicht so gut sehen konnte. Ja, ich fand das auch ein bisschen eigenartig, da haben wir immer diese Wiederholung so aus der Hintertor-Perspektive gezeigt, aber die fand ich eigentlich gar nicht so gut, also eigentlich so die, die Hauptkamera, da fand ich den Blick besser drauf. Äh, da konnte man es eigentlich schon erkennen, dass da tatsächlich schon, schon, es ist schon eine aktive Bewegung von, von Lorenz, also es ist nicht so, dass er nichts gemacht hätte, ist halt die Frage, muss man dafür, äh, pfeifen, ne? Das ist ja, genau, das ist der Punkt, also der, äh, ich denke, das Entscheidende ist da, die Körperbewegung, die bei Dams passiert und die, die passiert nicht einfach so und ich glaube, das ist auch das Entscheidende für den Schiri gewesen, der sieht halt da eine unnatürliche Bewegung, also sprich, er köpft den Ball, er kommt ja zum, zum Kopfball und wird aber, muss aber irgendwie gedrückt, gestoßen, gezogen worden sein, sonst hätte er sich da nicht, ähm, er hat es ja nicht nur einfach fallen lassen, sondern er ist ja dann einfach zu Fall gekommen, weil es nicht anders ging und es sah halt auch so aus, von daher, ähm, ja, sicherlich auch ein Elfmeter, den nicht jeder pfeift, aber schon einen, den da aufgrund, der hatte halt auch das Glück, dass da drumherum nicht viel war, also er hatte da relativ freie Sicht der Schiri drauf. Wenn da mehr Gewühl drumherum ist, wird es vielleicht nochmal schwieriger, ähm, dass dann kam ja Schäffler, ist dann angetreten und hat dann den auch souverän, dem war relativ egal, wo der Torwart hinspringt, er hat den auch schön platziert neben den Pfosten gesetzt und, ähm, der Torwart war sogar tatsächlich in der Ecke, aber, ähm, der war einfach zu gut platziert. Genau, ja, und man, äh, reibt sich die Augen und sieht, nach einer guten halben Stunde steht er 3-0, ähm, aber das ging nicht lang so, weil eigentlich im Prinzip direkt, äh, der nächste Angriff auf der anderen Seite, äh, weiß nicht, der Ball irgendwie im, im Wehen der Strafraum, er wird erst nochmal rausgeköpft, aber dann so von der Strafraumgrenze, kommt dann Karlsruhe zum Schuss und, äh, Titsch Rivero steht da, äh, in der Schussbahn, versucht eigentlich noch den, die Hand wegzuziehen, aber tatsächlich kriegt er den Ball so ein bisschen an die, oder kriegt ihn an die Hand, ähm, ja, äh, gibt so einen Halbelfmeter. Auch so ein Ding, ja, ist, 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 ist blöd, äh, weil er, was tatsächlich eigentlich keine aktive Ballbewegung zum Ball hin ist, ne, also das kann es eigentlich das Argument nur sein, ähm, unnatürliche Handhaltung, ja, oder, oder Vergrößerung der Körperfläche oder sowas, diese, diese, diese Hilfsargumente sind das ja dann immer, ja, meinetwegen. Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn man sich da zu lang die Augen gerieben hat, hat man dann auch, da stand es dann direkt 3-1, ja, ähm, nach dem, also du meintest, nach dem 3-0 die Augen rieben. Ja, ja, genau. Das hat nicht lang gedauert, also ich fand das, vielleicht hat er sich im Nachhinein doch so ein bisschen gedacht, so, hm, vielleicht war das doch ein bisschen hart mit dem Elfmeterpfiff eben, ähm, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, für mich war das jetzt kein Elfmeter, weil der, die Hand geht nicht zum Ball und die Hand ist auch angelegt oder der Arm und das einzige Problem, das er hat, ist halt der, dass der Ball direkt zur Hand fliegt oder zum Arm. Also in meinem, meinem, meinem Verständnis nach ist es kein Elfmeter, weil er nichts tatsächlich machen kann, ähm, ja. Er vergrößert den Körper nicht damit, ähm, weil der Arm nicht, nicht abgespreizt ist oder irgendwas und, ähm, ja, er hatte einfach keine Chance. Ja, das ist so ein bisschen die, oder das ist ja auch die Diskussion, die wir häufig auch in der Bundesliga haben, so mit der Handregel-Auslegung, ähm, also ich meine, sowas haben wir tatsächlich auch schon öfter gesehen, aber es wird auch nicht längst jedes, nicht längst nicht jedes Mal gepfiffen, so eine Situation würde ich mal behaupten. Aber gut, nachdem es vorher auch relativ, äh, relativ, ja, hart war, äh, den Elfmeter zu veröffenten, passt das sozusagen wieder ein bisschen ins Bild, ne? Genau. Ja. Ja, dann, dann tritt der, da tritt der Fink an und, äh, weiß, da ist ein Weltklasse-Elfmeter-Killer und was macht er? Schießt ihn einfach mal in die Mitte. Schießt ihn in die Mitte. Das ist, glaube ich, wenn, wenn, wenn der Kolke nicht wüsste, dass ich kein guter Fußballer wäre, würde ich das, glaube ich, auch machen. Ja. So gegen Kolke. Genau. Aber, ja, gut, dann stand es, genau, dann stand es halt 1-3, dann war es so ein bisschen so, wo man sagt, hm, das war so ein Punkt, wo ich dachte, manchmal ist es besser, es bleibt beim 0-2, als wenn man das dritte Tor macht und direkt den Anschluss-Treffer wieder kassiert. Also im Prinzip ist dann der Abstand ja der gleiche, aber die Stimmung eine andere. Und da haben sie dann ja auch Druck gemacht und hätten ja auch dann das 2-3 locker machen können, ne? Ja, locker ist vielleicht ein bisschen viel, aber tatsächlich hatten sie eine riesen Chance zum 2-3, ja. Ja, das meine ich halt, genau, diese Chance, wo dann der, ich weiß gar nicht, wer das war. Choi heißt der, glaube ich, ne, ein Koreaner. Choi, genau, der Choi, dann am, am, auch am Kolke vorbeigeht, also ich weiß gar nicht mehr, wie der da alleine, er ist auf dem Kolke zugerannt, legt dann den Ball links an ihm vorbei und muss dann eigentlich nur noch ins leere Tor aus einigermaßen spitzen Winkel schießen, aber schießt dann irgendwie übers Tor. Genau, ja. Das war fast schwieriger, wahrscheinlich da übers Tor zu schießen in der Situation als rein zu schießen, aber da haben wir tatsächlich Glück gehabt. Ich würde mal schätzen, dass das ein Rechtsfuß ist. Ja, so laut, laut Kommentator ist das ein, ist der beidfüßig, der müsste es auch links können, aber gut, weiß ich jetzt natürlich nicht, wie gut da der Kommentator gebrieft ist oder wie genau der das tatsächlich weiß. Die erzählen ja manchmal auch, also ich meine, kenne ich natürlich immer nur, wenn sie von unseren Spielern sprechen, dass da manchmal auch nicht immer alles stimmt, was die so erzählen. Vielleicht war auch da eine kleine Delle im Rasen, die uns geholfen hat. Möglicherweise. Ja, jedenfalls geht der Ball drüber und stattdessen kommen wir noch mal vor der Pause noch zu einem weiteren Treffer. Das war eigentlich so vom rein spielerisch eigentlich so die Szene des Spiels, fand ich, weil das war so eine Kombination über fünf Leute, also geht, oder eigentlich eingeleitet von links, Schwardorff, der Kere anspielt im Strafraum, also der mit dem Rücken zum Tor, der lässt den Ball oder legt den Ball so zurück, Schäffle nimmt den, geht noch einen Schritt, passt nach rechts auf Kuhn, der mit Schwung in den Strafraum kommt, der dann halt in die Mitte gibt und ich glaube, Schipnoski steht da, glaube ich, der kommt nicht dran oder irgendwie mit so einer Fußspitze oder irgendwas, auf jeden Fall, der kommt so ziemlich flach, fliegt der dann da rein, aber Kere mit Flugkopfball und trifft dann zum 4-1, also das war schon. Ja, genau, das Starke fand ich auch, dass da eben das Schiere, nicht Kere. Oh, habe ich Kere gesagt? Schiere natürlich. Schiere, den Ball, genau, zu Schäffle praktisch nach hinten spielt und der dann aber auch den Ball nochmal führen muss, um den Pass dann, also der Spiel geht ja praktisch, sein Gegenspieler geht ja mit und er macht dann eben den Schritt, damit er den Kuhn schicken kann und der aber auch von seinem Gegenspieler verfolgt wird und der Pass ist halt wirklich Sahne, weil der genau dann so kommt, dass nur Kuhn dran kommen kann und genau in Lauf und genau, der den dann so halb hoch und dann aber auch so gespielt, dass wenn der Erste ihn verpasst, der Zweite ihn verwerten kann. Das ist ja auch oft so, wenn du dann auf einer Linie da ankommst, dass, ja, wenn der einen verpasst, der andere auch nicht mehr dran kommen kann. Aber das war wirklich so gestaffelt und dann macht er den da rein und ich glaube, spätestens da haben sich alle Blauen im Stadion gesagt, also heute können wir auch nach Hause gehen jetzt. Was ist denn hier los? Da gab es, glaube ich, nicht oft, dass der KSC innerhalb der Liga, also innerhalb der dritten Liga so vorgeführt wurde. Nee, sicher nicht. Ich meine, sie hatten ja vor einiger Zeit, glaube ich, dieses Spiel gegen Lotte, haben sie auch 0-3 zurückgelegen oder sowas und am Ende, glaube ich, dann 1-3 verloren, aber das war schon ziemlich krass, ja. So, wir holen jetzt mal eben die Sonja dazu, die müsste jetzt bereit sein. Gerade mal gucken, ob das jetzt hier klappt. Dann kann ich mit uns doch über die zweite Halbzeit sprechen. Die sie nicht gesehen hat? Ja, macht ja nichts. Hallo Sonja. Hallo. Ah, da ist er. Es klappt hervorragend. Ja. So. Wir sind gerade, das durfte nicht fehlen, genau. Ja, das durfte nicht fehlen. Wir sind gerade in der Halbzeitpause des gestrigen Spiels, also es steht 4-1 für wen. Wer holt Bier? Ja. Genau, ja gut, vorm Gästeblock ist die Schlange nicht so lang, das kann man mal schnell machen. Stimmt. Genau. Ja, lasst euch nicht aufhalten. Wir müssen gerade mal gucken, ob ich dich noch ein bisschen lauter drehe. Nee, das müsste, glaube ich, so passen. Ich hoffe, dieses dämliche Hotel-Internet hält hier der Sache stand. Das werden wir gleich rauskriegen. Das Hotel-Internet, okay. Ja, nee, also bis jetzt klingt das, glaube ich, ganz gut. Wir versuchen das mal. Gut, zwei Minuten. Genau, zweite Halbzeit, da hatte Karlsruhe sich doch nochmal was vorgenommen, kam doch einigermaßen mit Schwung aus der Kabine, dann gab es ein paar Chancen links wie rechts und dann eigentlich eine Szene, die ich eher für den Elfmeter gehalten habe als die beiden vorher, wo Mockenhaupt gegen einen Karlsruher Stürmer, ich weiß nicht mehr gegen wen, sowohl ein bisschen zieht, als er unten am Bein trifft. Den Ball hat er sicher nicht getroffen. Also da dachte ich, okay, da gibt es jetzt gleich wieder einen Pfiff, aber diesmal blieb die Pfeife stumm, wie man immer so schön sagt. Wie hast du das gesehen, Micha? Ja, also ich sehe das auch so wie du, dass ich konnte mir das jetzt auch im Nachhinein irgendwie nur so erklären, dass er auch wusste, okay, vielleicht waren, wenn ich so weiter pfeife, gibt es in dem Spiel noch fünf Elfmeter. Also weil er hat ja da wirklich im Strafraum, wie gesagt, ich hätte beide nicht gepfiffen, tendenziell, bei den ersten kannst du geben, wenn er da meint, dass der da geschubst wird. Aber klar, so, ja, Körperkontakt gibt es halt häufiger und das war wahrscheinlich, wenn er vorher keinen gepfiffen hätte, hätte er den gegeben, was weiß ich, vielleicht hat es ihm dann auch nicht gereicht, aber seht es vom Prinzip wie du, das war für mich das noch das Eindeutigste. Also hat man tatsächlich in der Szene, ja, wieder ein bisschen Glück und dann dauerte es aber auch nicht allzu lange, also es war, was war denn das, 58. Minute oder sowas, als es zu einem gar herrlichen Konter kommt, irgendwie so, ja, tatsächlich, also es ist irgendwie ein Angriff, der so in der Vene-Abwehr hängen bleibt. Im Mittelfeld kommt Chiere an den Ball. Chiere, jetzt sage ich es schon wieder falsch, ich muss mich erst noch umgewöhnen, wir haben es ja jetzt letzte Woche gelernt oder vorletzte Woche, Chiere heißt der gute Mann, der Kofi, der gibt raus auf links, warum auch immer links gerade Mofza läuft, aber der ist dann halt so, ja, der Vene auf der linken Außenbahn in dem Moment. Und jetzt, wo ich gerade zum Betreiber nachdenke, der spielt dann auch mit dem linken Fuß dann diesen Ball in den Lauf von Schwardorff, ne? Der ist ja eigentlich ein Rechtsfüßer, ne? Also die anderen Anspiele und auch sein Tor, das war mit rechts, aber der passt, der war mit links und der war auch richtig gut. Ja, also, ganz anders als Schott. Ja, ganz anders als Schott. Das ist ja eine Haltenssache auf dem Spiel. Ja, das war mir gar nicht so bewusst, dass der auch so ein beidfüßig so stark ist, aber das war richtig gut. Passte genau. Schwardorff mit großem Tempo alleine auf den gegnerischen Torwart zu. Und da könnte man ja denken, es steht 4-1. Er spielt gut, er hat aber noch kein einziges Tor in der Saison gemacht. Jetzt will er vielleicht halt auch mal einen machen. Aber tatsächlich merkt er noch oder sieht, dass das Chiere da mit Höchstgeschwindigkeit ankommt, ihn überholt und legt da noch genauso den Ball in den Lauf, dass der halt das sichere Tor macht und Schwardorff halt nicht das 1 gegen 1 gegen den Torwart suchen muss. Also das fand ich schon richtig gut, dass er in dem Moment da noch abspielt. Ja, eigentlich richtig ganz großes Tennis. War noch, glaube ich, die Worte des Reporters, der dann auch meint, der kann den gar nicht sehen. Woher wusste der das? Dass der da läuft. Der sieht ihn doch gar nicht. Und er hat ja, nee, also was ich interessant fand bei dem Spiel, so wir hatten ja da wirklich einige schön rausgespielte Treffer, aber irgendwie waren es doch immer daran beteiligt, waren gut, Chiere, klar, Schäffler, Schwardorff und Mroffza. Das waren ja so die vier Agilen, die da eingeleitet oder abgeschlossen oder jetzt mal, okay, das Foul an Dams, okay, aber ansonsten waren das doch die, die immer bei den Kombinationen auch entsprechend dabei waren und vorbereitet oder abgeschlossen haben und ja, auch wenn es über mehrere Stationen gab, das waren ja so die Hauptbeteiligten und wo ich dann so dachte, naja, so für Schipnowski lief das Spiel nicht, also das Spiel so ein bisschen vorbei. Ja, wobei, ich habe ihn auch nicht schlecht gesehen, also hatte schon die eine oder andere Aktion da drin gehabt, aber klar, so eine entscheidende Szene, mit denen hat er nichts zu tun gehabt, wobei er war, glaube ich, ein, zweimal so war er in der Mitte, bei dem 1-0 stand er auch da, äh, genau, der war, der war so in der Nähe, aber, er war damit dabei, ja. Mittendrin, mittendrin und nur dabei. Richtig, ja, trotzdem nur dabei. Genau. Genau, ja, und dann 5-2, äh, war zwar noch über eine halbe Stunde zu spielen, aber im Prinzip war, war das dann eigentlich, das war, äh, 5-1, 5-1, genau, war da eigentlich der Deckel drauf, da, äh, das war dann klar, da hast du auch richtig gemerkt, bei den, bei den, äh, Karlsruher Spielen, die hingen dann erstmal richtig durch, äh, die Fans haben den Support eingestellt, da hat man dann auch endlich mal die, die Gäste-Fans dann am, im Fernseher gehört, äh, weil von, von Karlsruher Support war, war, äh, komplett tot dann, die hatten keinen Bock mehr, was man ja schon verstehen kann, und, äh, ja, dann haben sie es dann irgendwann nach so nach dem Durchhänger, dann hat, haben die Karlsruher sich da nochmal ein bisschen aufgerafft und, ähm, kamen noch zum 2-5. Ja, das hätten wir auch ein bisschen besser verteidigen können, also der, der geht ja im Prinzip durch drei oder vier Leute durch, da der Pouet, ähm, und lässt die alle stehen, ich sag mal, bei, wenn es da 1-1 steht oder sowas, dann wären die vielleicht irgendwie anders dagegen gegangen, und so haben sie vielleicht nicht mehr 100% durchgezogen, hatte ich den Eindruck. Also, ich glaube auch, dass man das ein bisschen besser verteidigen kann, ja. Ne, also das war dann, das ist halt so ein Ding, das fängst du eigentlich nur, wenn du, ja, 5-1 hinten liegst oder 5-1 führst, so. Ja, wahrscheinlich, ja. Also, das ist halt entweder, wenn du komplett aufgegeben hast oder wenn du halt denkst so irgendwie so, ja, gut, ich probiere es. Ja, das, das sah schon, das sah schon doof aus, ähm, da ist jetzt das Einzige, der Einzige, der, also, ja, gut, diese eine Chance von Choi noch, aber bei dem Elfmeter mache ich ihnen jetzt nicht großen Vorwurf, außer, dass eben da Karlsruhe Druck gemacht hatte, da waren sie wirklich am, so am Drücken und das war dann halt so ein Ergebnis davon, aber insgesamt hast du dafür, dass du in Karlsruhe gespielt hast, nicht so viel zugelassen und klar, hast du natürlich immer den richtigen Momenten oder hast ja fast alle Chancen genutzt und, ähm, ja, dann, dann, dann hast du so ein Spiel im Sack und dann hast du halt noch, hast du halt nur 5-2 gewonnen, ja. Ja. Ähm, ja. Sonja, hast du was von dem Spiel gesehen? Hast du wenigstens eine Zusammenfassung sehen können? Ja, ich habe mir dann heute Morgen mal die Tore angeguckt. Das war es aber auch. Ja. Also, mehr habe ich wirklich nicht gesehen, weil ich auf der Autobahn war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich für die erste Halbzeit schon angesprochen, äh, diese Elfmeter waren es zumindest in diesen Zusammenschnittszeitlupen, die ich gesehen habe, relativ absurd. Also, als hätte der Schiedsrichter so eine 2 Elfmeter in einem Spielwetter laufen. Naja, also absurd. Also, ich meine, es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie, äh, dass das jetzt krasse Fehlentscheidungen waren im Sinne von, da war gar kein Foul oder da war gar keine Hand. Äh, so nicht, aber... Ich habe in beiden Fällen nichts gesehen. Nee, also... Also, wie gesagt, kann ja auch an den Zeitdrucken liegen. Ja. Also, ich hatte eben gesagt, dass ich bei dem, bei dem Elfmeter für uns, äh, auch kein Foul erkannt habe, nur eine komische Bewegung von Dams, die halt eigentlich nur durch entsprechende Gegnereinwirkung kommen kann. so, weil der, der köpft ja den Ball, aber fällt dann ganz komisch oder dreht sich da. Also, das war so für mich, das war mehr so eine Interpretation, als dass ich es gesehen habe. Und den Handelfmeter kannst du meiner Meinung nach nicht geben. Ja. das, ähm, das, ähm... Also, ich bilde mir ein... Also, ich fand die beide sehr komisch. Ja, ja, sicher. Also, ich glaube, dass wir uns alle einig, äh, dass das beides eher zweifelhafte Elfer sind oder zumindest harte Entscheidungen, wenn man es mal so aus der Richtung formulieren möchte. Wahrscheinlich hat er beim ersten Ding irgendwie so spontan so gedacht, so, oh, da pfeife ich faul, dann merkt er irgendwie so, oh, war das jetzt wirklich eins, aber dann gab's wahrscheinlich auch kein Zurück mehr. Dann hat er das schnell korrigiert mit dem, mit dem anderen Elfmeter. Irgendwie so. Oder es gab eine doppelte Elferwette, ja, das kann auch sein. Oder, ähm, ich glaube, der pfeift doch auch erste Liga. Vielleicht ist er mittlerweile so drauf gedrillt, so von wegen, im Zweifelsfall erst mal pfeifen und dann gucken wir uns notfalls nochmal da den, äh, den, das Video an. Mal gucken, was Köln dazu sagt. Wenn niemand das sagt. Genau, und dann, äh, ja, gab's keinen Einwand aus Köln, also wird's wohl stimmen. Ja, weiß ich nicht. Ähm, naja. Ich seh gerade, es war ja Daniel, äh, Daniel Siebert, der hat schon, ich glaube, das ist wahrscheinlich der einzige Schiri, der diese Saison einen Sieg von der Eintracht, von den Bayern und von Wehen gefiffen hat. Tja, verrückt. Tja, ja, Schalke-Bayern, Hoffenheim-Frankfurt und? Bayern hat schon mal was gewonnen diese Saison. Ja, gegen Schalke. Ja. Da haben wir doch drüber gesprochen. Da war es so richtig. Das ist, äh, das ist erstaunlich, ähm, äh, wie es so jetzt gerade dargestellt wird, als, als, als würde Bayern nicht vor der Eintracht in der Tabelle stehen, ne? Ja, ich wollte ja jetzt auch einfach nur mal so ein bisschen, äh, ein bisschen stänkern. Ja, ja, so kennen wir dich. Wir haben, wir haben nicht, wir haben nicht so hoch gewonnen wie die Eintracht, das muss man sagen. Ja. Niemand hat so hoch gewonnen wie die Eintracht. Das würde ich nachgucken wollen, aber in Deutschland, glaube ich, in den ersten drei Ligen nicht, ja. Ja. Gut, ja, also ein, äh, sehr, sehr großartiges, äh, Spiel in Karlsruhe. Kostet mich wieder eine Menge Geld bei der Saisonspende, aber dazu später mehr. Ähm, ja, was nehmen wir sonst noch damit? Ähm, Chancenverwertung, wie jetzt schon, äh, quasi gegen Kassel eingeübt, äh, großartig. Also gleich, äh, anfangs fast jede Schuss ein Treffer und damit kann man schon mal ganz gut leben, ja. Das macht es einem leichter. Beängstigend, ja. Ja, weil es halt auch häufiger, oder was heißt häufig, zumindest im Saisonanfang ja auch schon mal ganz anders war. Da hätte man eigentlich auch Chancen genug gehabt, um ein Spiel zu gewinnen, äh, und einfach das Ding nicht reingemacht. Äh, gerade wenn ich so gegen, was war es, äh, so dritter Spieltag, vierter Spieltag, so in der Größenordnung, wo man gar nicht so schlecht gespielt hat, aber dann einfach die Tore nicht gemacht hat. Naja, gut. Müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen. Ja, das war übrigens der erste Sieg gegen Karlsruhe in einem Ligaspiel überhaupt. Wir haben damals, äh, das Pokalspiel, als die sogar noch Erstligist waren, äh, gewonnen. Und ansonsten in den Ligaspielen immer verloren. Nee, einmal, letzte Saison gab es einmal nur unentschieden. Zum ersten Mal. Ronny König weint sich in den Schlaf. Macht der gar nicht? Der hat nämlich gestern auch zwei Tore geschossen. Vielleicht weiter nicht trotzdem in den Schlaf. Vielleicht. Ähm, der hat gestern mit Zwickau gegen unseren nächsten Gegner, nein, Zwickau ist unser nächster Gegner, die haben gegen Rostock gespielt. Und obwohl sie 2-0 durch die beiden Ronny König-Tore geführt haben, haben sie am Ende doch nur 2-2 gespielt. Das nur so viel zur Vorschau. Ja, wollen wir mal kurz auf die Tabelle gucken? Macht ja wieder mehr Spaß. Die ist, genau, das macht ja mittlerweile wieder, äh, deutlich mehr Spaß als noch vor, vor einigen Wochen. Äh, da finden wir nämlich jetzt den SV Wien-Wiesbaden auf Platz 5. Punktgleich mit Unterhaching auf Platz 4 und Karlsruhe auf Platz 6. Ja, genau. Äh, aber, was schon mal ganz gut ist, am nächsten Spieltag spielen nicht nur wir gegen Zwickau, sondern auch Unterhaching gegen Karlsruhe. Äh, das heißt, äh, ja, da, das können wir uns entspannt angucken. Was nicht überraschend ist, weil die immer gegen den spielen, gegen den wir vorher gespielt hatten, ne? Richtig, genau. Das sind die, die uns, das sind die, die uns folgen und Rostock sind die, die, äh, uns voraus sind. Genau, die unsere nächsten Gegner haben, ja. Genau, aber nur, was die Gegner angeht, ja. Ja, ja, ich habe übrigens, äh, neben, neben Platz 5, wenn man sich das mal anguckt, wir haben ja jetzt wieder den besten Angriff, was zumindest die Anzahl der geschossenen Tore angeht, mit 23 und die zweitschlechteste Abwehr. Ja, wir sind ja wirklich das spektakulärste Team der Liga, das kann man nicht anders sagen. Absolut, ja. Wenn man beides zusammenzieht, bist man bei 43, also 23 zu 20 Tore. Ja. Ja, Osnabrück hat 14 zu 5. Ja, genau. Ja, gut, haben vier Punkte mehr und, ähm. Und Groß Asbach 8 zu 8. Ich habe noch nicht gegen uns gespielt. Groß Asbach hat 8 zu 8, ja. Genau, aber, ähm, ja, also auch Halle 13 zu 12, ja, die haben, äh, zwei Punkte weniger. Ähm, also da, da, gut, über die, äh, Abwehr haben wir ja, haben wir ja am Anfang, haben wir ja am Anfang mehr Probleme gehabt und klar, wenn du fünf Tore schießt, kannst du auch zwei fangen. Ähm. Genau, aber jetzt, insgesamt hat sich das jetzt die, äh, die letzten Wochen ja sehr stabilisiert. Da war jetzt einmal dieses blöde Ding, äh, in Münster dabei. Aber ansonsten hatten wir jetzt, glaube ich, drei oder vier zu null Spiele. Äh, also da sind wir ganz klar auf dem richtigen Weg. Vor allem, ich meine, gut, es sind auch nur zwei Punkte zwischen dem vierten und dem elften. Ja, da liegen nur zwei Punkte dazwischen. Ähm, aber ich hab mal geguckt, wir hatten ja nach, nach sechs Spielen vier Punkte. Ja. Ja, und waren damit, äh, 18er. Und, äh, jetzt hast du nach zwölf Spielen 19 Punkte, also hast 15 von 18 Punkten geholt. Ähm, und machst natürlich damit einen Riesensatz, ja. Äh, das, das ist schon... Also, wenn, wenn das so weitergeht. Ja, klar, sicher. Es, es wird auch mal wieder Punkt Verluste geben, keine Frage. Aber, äh, momentan zeigt der Trend, äh, in die richtige Richtung. Hat auch, ähm, zu die, die, die Führenden, äh, äh, das sind momentan, äh, Osnabrück, Münster und Uerdingen, die konnten sich jetzt auch nicht weiter absetzen. Uerdingen hat verloren, Osnabrück unentschieden gespielt und Münster, ne, Münster hat gewonnen. Ja, aber vom Prinzip sind das jetzt drei Teams, vor denen ich jetzt nicht, also, keine Angst habe, in dem Sinne, dass sie nicht auch regelmäßig mal was liegen lassen. Also, letztes Jahr hattest du ja mit, mit Magdeburg und Paderborn zwei Teams, die eigentlich irgendwann dann nicht mehr viel haben liegen lassen, ja. Ähm, ähm, und da sehr konstant gepunktet haben. So schätze ich die jetzt alle nicht ein. Osnabrück ist ja so ein Ding. Gut, andererseits, das hast du jedes Jahr, ne, ein Team, das fast abgestiegen ist, das im nächsten Jahr dann durchdreht und, äh, oben, äh, da abgeht, ne, also. Das kommt immer mal wieder vor, ja. Hast du in der zweiten Liga jetzt auch mitführt. Ähm, und, äh, aber gut, wird man jetzt sehen. Das ist jetzt auf jeden Fall ganz gut, dass wir da, hättest du jetzt Karlsruhe verloren, ja, ist zu viel hätte, hätte, aber dann, 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 dann wäre der, dann hättest du nach oben sehr viel Abstand und wärst sehr viel näher an den Abstiegsplätzen, ne, das ist halt, ja, ja, das ist halt so. Dritte, kennen wir ja, dritte Liga ist, es geht's meistens eng zu, äh, das ist jetzt nichts Neues. Das finde ich auch krass, dass, äh, also, der Vorletzte hat ja auch zwölf Punkte. Ich finde jetzt, klar, zwölf Punkte nach zwölf Spielen ist jetzt nicht super, aber, dass du damit Vorletzter bist, ist schon auch, weiß ich nicht, oder, ist das jetzt? Ja, das stimmt. Also, ich meine, ich finde es schon nicht so wenig eigentlich an den Punkten. Ja. Und, ähm, da nur Braunschweig kackt halt noch weiter ab da unten. Genau, die haben jetzt, äh, in der Länderspielpause den Trainer gewechselt. Äh, wer hat er jetzt übernommen, der, äh, wer heißt der noch gleich? André Schubert, ne? Schubert, Schubert, ja. Ja, genau. Den kennen wir aus, äh, wo war der zuletzt? St. Pauli? Oh. Zuletzt, da sind wir schon ein bisschen her. Gladbach? Gladbach? Äh, und ganz früher Paderborn, ne? Das ist alles gut möglich. Ich glaube, es war umgekehrt. Ich glaube, äh, ich glaube, der war, äh, erst St. Pauli und dann Gladbach, ne? In Gladbach wurde er hochgezogen irgendwie, äh, als, da war ja Trainer der zweiten Mann, Mannschaft, als Nachfolger von Sven Demand und wurde ja kurz daraufher dann zum, zum Cheftrainer befördert. Ja, okay, egal. Der ist jedenfalls jetzt. Den neuen, den neuen Trainer von Groß Asbach erwähnt. Der neue Trainer von Groß Asbach, äh, ich hab schon wieder vergessen, wie der heißt. Ja, den Namen, keine Ahnung, Schnochenberg oder so, der Name ist auch nicht wichtig, das Aussehen ist viel spannender, das sieht, Kicker hat ein Bild zu dem, zu dem Spiel, was die jetzt hatten, was die ja dann, äh, glaube ich, durch ein spätes Tor gewonnen haben, der sieht ja aus, als wäre der einfach, als hätten die noch so ein bisschen DNA von Rüdiger Rehm da gehabt. Ach so, ja, 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 ja. Und hätten sich da irgendwie so, weiß ich nicht, so, Andrea Bergen zum Mad Scientist-Kittel und hätten sich da irgendwie so was zusammengerührt, also. Aber, 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 aber mit einem schwarzen Haartopf dann. Also hat er dunkle Haare. Ja, Rehm hat auch eher dunkle Haare, oder? Ja, aber nicht schwarz. Ach so. Ja, halt. Gut, so ein bisschen was haben wir halt getan, aber, also die Frisur muss ja noch ein bisschen wachsen. Stimmt, es gab dieses, dieses Einstandsbild, wo er vorgestellt wurde. Das war auch sehr schön. Ja, von dem Vereinsverantwortlichen und die hatten alle diese Ehenfrisur. Ja, halt alle so ein Mittelcheitel, ja. Ja, auch die Fützer, die sahen da, fand ich eher aus, als würden sie so, können ihr euch erinnern an das Backstreet Boys Video zu Get Down, wie die auf so einer Scheibe tanzen? Nein. Da haben die genau diese Frisur, diese Nick Carter Frisur. Ah, okay. Ja, ja. Sie gucken irgendwie alle, als wären sie gerade abgestiegen. Dieser Gesichtsausdruck, der war fantastisch, ja. Äh, wie sie alle so, so leicht betröppelt. Ich bin großer Fan, ich habe von ihm noch nichts gehört oder weiter gesehen, aber bin ich jetzt schon großer Fan. Ja. Und das war das beste Foto, das wir aussuchen konnten. Aber ich habe mir das gerade aufgemacht, also wenn man sich den, beim Kicker den Spielbericht jetzt zum, von Groß Asbach gegen Möppen jetzt aufmacht, tatsächlich der, das könnte so ein, so ein kleiner Rehm-Doppelgänger sein, zumindest von dem Bild her jetzt, ja. Das stimmt. Ja, ne, aber das ist mir bei dem Bild auch total aufgefallen. An sich wäre ich nie auf die Idee gekommen, den Spielbericht zu öffnen, aber wenn du das schon, wenn du das schon so anteaserst, ja. Und du bist nicht enttäuscht worden. Nee, nee, das scheiße. Aber jetzt sind wir ja schon fast wieder ein Buntes, oder? Na ja, gut. Ja, also, Tabelle macht wieder mehr Spaß. Gucken wir mal auf die nächsten Spiele. Da geht es jetzt weiter am kommenden Samstag. Wir dürfen zwischendurch auch mal tatsächlich an einem Samstag rammen, ganz normal. Heimspiel gegen Zwickau, haben wir gerade schon gesagt. Zwickau ist gerade mit 13 Punkten auf Platz 14. Die haben jetzt, was hätte ich nachgeschaut aus den letzten acht Spielen, fünf verloren, glaube ich. Also das, ja, nicht so ein Riesenlauf gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen soll, aber nachdem wir gegen Karlsruhe nie gewonnen haben, gegen Zwickau haben wir noch, haben wir vier Spiele, alle zu Null gewonnen. Ja, das, genau, ich wollte es auch nicht aussprechen. Danke, dass ihr es trotzdem gemacht habt. Ja, sind wir abergläubig, oder was? Beim Fußball, immer. Ja, also ich, gut, sie haben gegen, ich sehe gerade, die haben gegen Uerdingen gewonnen, zuletzt auswärts. Wie ist denn das passiert? Ja, das ist sowieso, die haben sowieso, die haben ja drei Spiele gewonnen. Das eins war gegen Uerdingen, eins war gegen, äh, gegen Fortuna Köln, als die auch noch weiter oben standen und Halle, ja, also das, äh, haben sich nicht unbedingt, naja gut, gegen Irgendwenden muss man ja auch mal gewinnen. Zwickau hat, Zwickau hat acht Punkte aus den ersten vier Spielen geholt. Ja. Und jetzt, jetzt stehen sie bei 13. Also die haben so im Prinzip so das, das Gegenmodell zu uns gefahren. Ja, so einigermaßen, ja. So, äh, nicht, nicht ganz so, aber, ähm, die haben gut angefangen und dann stark nachgelassen, ja. Ja. Aber immer knapp, immer knapp. Ja. Die haben keine... Wie so ein Trainer, ja, die waren aber nicht knapp. Die haben nie... Die anderen haben immer eins mehr Schosselspiel. Aber höchstens eins mehr. Ja, die haben... Ist auch nicht immer verdient. Nee, selten, selten. Äh, Schieber. Ähm, nein, also... Schieber. Schieber. Nein, also sie haben immer nur mit einem Torunterschied verloren, wenn sie verloren haben, will ich damit sagen. Mhm. Ja. Aber gut. Herr Kalfro hatte auch erst acht Gegentore, bevor sie gegen uns gespielt haben. Das ist auch richtig und, äh, ich denke, so selbstbewusst sollte man sein, dass man sagt, äh, ein Heimspiel gegen Zwickau muss man eigentlich, oder wenn du oben mitspielen willst, musst du das gewinnen. Äh, aber gut. Wir wissen ja, wie das manchmal ist. Ich sag ganz im Ernst, wenn sie einfach nur 1-0 gewinnen, bin ich total froh. Ich bin auch mit jedem Ergebnis zufrieden, äh, solange es drei Punkte sind. Nach den, nach den zwei, nach den zwei klaren Siegen mit, also Hessen-Pokal und jetzt da, gut, Hessen-Pokal hat man ja schon erwartet, dass man da auch vielleicht mehr wie ein Tor schießt, aber nachdem du jetzt mal zweimal so krass die Chancen verwertet hast, ähm, und dann noch so ein Gegner kommt, gegen den du immer gewonnen hast, zu null, und drei Tage später Hamburg, mh, das, das riecht irgendwie schon stark nach, oh, jetzt fallen wir noch mal kurz auf die Schnauze. Ja, so, du meinst nicht 100 Prozent, äh, konzentriert, weil, ähm, der DFB-Pokal schon im Hinterkopf ist. Meinst du diese Gefahr? Nee, ich glaub, dass, ja, genau so ein bisschen, dass du einfach so denkst, so, ja, ich mein, na klar, wenn du so, so einen Lauf jetzt hast, dann hast du A, Selbstvertrauen, aber vielleicht lässt er dann auch so ein, zwei Prozent vielleicht mal nach, grad mit dem HSV im Hinterkopf noch, klar, konzentrierst du dich auf das Spiel, du willst es auch gewinnen und so, ja, ich, 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 ich kann's ja nicht sehen, ich bin ja nicht da, ähm, Stimmt, aber bis zum Pokalspiel bist du zurück, oder? Ja, ja, genau, also ich hoffe auch, dass meine Befürchtungen da jetzt einfach, ähm, nicht, nicht zutreffen, ähm, ja, das ist, ja, ja, wir werden's sehen. Genau. Ich hatte hier grad noch in, in unseren Notizen stehen, Dienstag 30.10., und das ist ja völlig falsch, das Spiel ist am Mittwoch, den 31.10., jetzt gegen den Hamburger SV. Äh, was? Oder? Nee, das ist Dienstag. Ich bin von Dienstag ausgegangen. Moment mal, jetzt, äh, jetzt habt ihr mich, hab ich's hier richtig, dann hab ich's im Kalender falsch drin stehen, was ist denn da los? Äh, ich weiß nicht. Das muss ich, ich, ich hab vor, am Dienstag zum Spiel zu gehen. Äh, ich auch, ich hab mir auch Dienstag aufgeschrieben. Müsstest du? Dienstag, ja, tatsächlich, dann, äh, ui, dann hatte ich's im Kalender falsch gepflegt, das ist ja, das ist ja krass, warte mal, dann mach ich das erstmal hier wieder richtig, das muss ich ja sofort korrigieren, das lässt mich ja sonst nicht, die, die, die letzte, der restliche Sendung hier, äh, entspannt aufnehmen. Und ich hab's auch, ich hab's auch, äh, noch Bekannten, die mitkommen, hab ich's auch falsch gesagt, ah, das muss ich gleich korrigieren. Braucht die dann überhaupt noch mit? Brauchen die überhaupt ne Karte noch? Ja, vielleicht hab ich jetzt zwei Karten übrig, ja. Aber das war gut, da hätte ich welche für ein Battle. Ähm. Oder die kommen beim Mittwoch angefahren und ich sag, ja, das Spiel war doch gestern, äh, also. Ne, im Kalender stimmt's auch, wie komm ich denn da drauf? Naja, egal. Das klärst du mal nachher. Das klär ich mal nachher jetzt, dass wir das mal da an der Stelle gut sein. Ähm, also, Samstag, Zwickau, dann Dienstag, 20.45, HSV, DFB-Pokal. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch interessant, weil die jetzt in der Liga jetzt auch, äh, die letzten Wochen ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Die haben jetzt gestern 0-0 gespielt. Hab schon wieder vergessen, gegen wen? Ist auch egal. Äh, in Bochum. In Bochum, ja, genau. Ne, oder zu Hause sogar, ja. Aber die spielen ständig 0-0. Genau, die haben jetzt drei von den letzten vier Spielen 0-0 gespielt. Dazwischen haben sie einmal in Darmstadt 2-1 gewonnen. Und davor hatten sie, ähm, also bevor diese, ähm, zu Hause 0-5 gegen Regensburg. Und trotzdem sind die noch Vierter oder irgend sowas, ne? Weiß ich gar nicht, wie das geht. Was ist denn da in der zweiten Liga los? Ja, der ist ja auch für Zweiter, also, keine Ahnung. Ja, naja, wie auch immer. Jedenfalls, ähm, ja, das könnte auch, mal abgesehen jetzt von dieser Nummer, klein gegen groß und sonst irgendwie, äh, könnte das aber auch sportlich interessant werden. Ähm, wenn die vielleicht halt gerade, äh, ja, äh, weil die vielleicht halt jetzt, naja, okay. Das ist sportlich interessant, genau jetzt in HSV. Naja, weil, wenn wir jetzt auch gerade vielleicht irgendwie das, das, das Thema haben, so von wegen, wir müssen jetzt zusehen, dass wir jetzt in der Liga jetzt hier, äh, mal wieder ins Gewinnen kommen und, äh, dieses, dieses Pokal gegen den Drittligisten vielleicht jetzt einfach nicht so, äh, die volle, den vollen Fokus hat. So meinte ich. Ja, mit der B-Elf werden sie wahrscheinlich nicht anreisen. Ne, das wahrscheinlich nicht. Aber, aber, ja. Was, was natürlich, was natürlich gut ist, ist, ich hatte nur bei, bei Kicker jetzt, äh, die Schlagzeile gelesen, dass Christian Titz, ähm, seinen Stil verteidigt. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal immer, immer, immer schon mal gut, wenn da schön Unruhe ist. Ja. Ähm, vor allem, wenn die nicht auf die Idee kommen, den jetzt noch zu entlassen, das wäre halt doof. Das passiert erst nach dem Spiel gegen uns. Ja, das ist okay. Ähm, also jetzt haben sie, spielen jetzt am Freitag schon, dann Dienstag bei uns, dann wieder Montags, oh, Montags gegen Köln. Das ist aber auch sehr freundlich für Hamburg, oder? Bevor sie zu uns kommen, dürfen sie freitags ran und dann haben sie Montags bis sie gegen Köln spielen. Ja gut, Hamburg, Köln ist natürlich schon ein Montagsspiel dann, ja. Ja, naja. Wenn man das Montagsspiel als das Topspiel bezeichnet, ja. Ja, genau. Ja gut, es ist ja letztlich, äh, ja, ja, aber nicht aus der Sicht, äh, es ist fanfreundlich, man kann am Montagabend dann nochmal schnell hinfahren. Ja, nee, genau, aber die wollen ja dann ein Topspiel haben, das keiner sehen kann irgendwie und, äh, ja. Aber klar, wenn du dreimal 0-0 spielst von vier Spielen und davor 5-0 auf den Sack kriegst, dann wird der Trainer natürlich schon nochmal in einem Verein wie Hamburg in der 2. Liga infrage gestellt, ja. Ja. Das ist, ähm, normal. Und das, äh, ja, klar, das kann dann gegen uns wieder so ein Befreiungsschlag sein von denen, aber vielleicht, äh, ja, kriegen sie dann eben nochmal, kann er dann nochmal seinen Stil verteidigen. Ja, genau. Ähm, was mich übrigens wundert, es gibt ja, glaube ich, wenn ich das richtig, äh, überblicke, mehrere HSV-Podcasts und nicht ein einziger hat bisher bei uns angefragt, ob wir nicht vor dem Spiel irgendwas zum SVW erzählen wollen. Die interessiert sich überhaupt nicht für den Pokal, glaube ich. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ja. Wurde mal, wir wissen so wenig über den HSV. Das, äh, ja, und das ist jetzt auch, glaube ich, äh, also ich hatte jetzt nicht vor, selbst noch eine Sendung zu machen, vorher. Also, ich meine, wenn sie uns einladen, gerne. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich sie auch hinkriege, jetzt selbst noch jemanden. Naja, gut, okay. Müssen sie selbst wissen. Danach sind sie dann halt schlauer. Ähm, genau. Ja. Ansonsten, ähm, gab's nochmal ein paar zusätzliche Karten. Irgendwie, es gab eine, was, eine Kapazitätsanpassung. Ähm, offensichtlich haben sie gesagt, naja, vielleicht ist es doch nicht ganz so kritisch. Ein paar hundert Karten können wir noch verkloppen. Ähm, ich denke, jetzt sind wir so bei, also vorher hieß es, glaube ich, mal 11.500. Und wenn jetzt nochmal irgendwie, ich glaube, 250 oder 300 oder irgendwas in den Verkauf ging, dann werden sie jetzt vielleicht so 11.800 sein, so in der, etwa. Mal gucken, was dann am Ende die offizielle Zahl ist. Ja, also die, das heißt, dass der Stehblock wieder schön knallevoll sein wird und sich wenig verteilt, weil wir zu wenig Ordner in den Blöcken haben, die die Leute dann halt auch mal in die Ecken schieben oder halt nicht schieben, aber anweisen. Naja. Das sorgt immer für Ordnung, ja. Naja. Naja. Äh, ich, ich hab gerade kurz den Kickerartikel über den Christian Titz überflogen. Also ich glaube, der ist nicht mehr lang da. Okay. Ja, das sind so Aussagen, wie, wie hieß dieser eine schlimme Typ da, der bei Leverkusen kurz war? Hörster? Spalch. Nee. Hörster gibt's ja. Du redest über Trainer. Ja, ja. Nee, der hat gemeint, ähm, es war keine Partie, in der der Gegner nur tief gestanden hat. Wir haben 17 Angriffe gespielt. Was gefehlt hat, war der letzte Pass. Ja. Äh, Zweifel, ob der dem Hambachsv ein aufstiegsreiches System vermitteln kann. Wir müssen uns was einfallen lassen, um unsere Heimspiele besser zu gestalten. Das können sie gerne machen. Ja. Wenn sie die Auswärtsspiele verlieren, ist mir auch recht. Offensiv sind wir gut in die Saison gestartet, aber hatten in der Defensive kein Gleichgewicht. Das machen wir jetzt gut. Dafür ist uns nach vorne in die Leichtigkeit verloren gegangen. Ähm. Also in den ersten Spielen hat doch auch Lager Socker irgendwie eine ganze Menge Tore gemacht. War das nicht so? Ja, genau. Genau. Bei einem Sieg wären wir punktlich mit dem Tabellenführer gewesen. Ja. Vorm Start der Saison wären viele hier damit zufrieden gewesen, glaubt er. Boah. Das ist alles ziemlich schlimm. Ähm. Ja. Ja. Sie werden jetzt daran feilen, defensiv spielende Mannschaften künftig besser zu knacken. Ja. Dann wünsche ich viel Erfolg gegen Magdeburg und gegen uns dann nicht. Ja. Ja. Ja stimmt, die spielen jetzt gegen Magdeburg am Wochenende, ja. Das ist natürlich auch eine schöne Nummer. Vielleicht vergessen sie so ein bisschen die Vorbereitung aufs Pokalspiel, haben dann nur zwei Tage, haben bis dahin noch nichts gescoutet, wissen gar nichts. Äh. Ja. Ja. Okay. Ja. Werden wir sehen. Ansonsten bei uns erwarte ich jetzt keine großen Veränderungen in der Startaufstellung. Das hat sich jetzt bewährt. Ich denke mal, dass das anderes dann wieder spielen wird. Gegen Zwickau ist er auch noch gesperrt, aber ich denke gegen Hamburg wird er dann wahrscheinlich schon wieder spielen. Vermutlich Schipnoski dann raus. Schwardorff hat sich ja momentan ziemlich festgespielt da auf links. Der macht das ja auch ganz gut. Es sei denn, Ditken gibt sein Comeback. Der ist jetzt wohl wieder voll im Training, hieß es. Boah, ne. Fände ich auch nicht gut. Aber man weiß ja nicht, ne. Ja gut, also. Trainer hält ja relativ viel von ihm, glaube ich. Ich denke mal, gegen Zwickau wirst du jetzt nicht viel verändern. Warum auch? Wen sollst du ihn da bringen? Wie gesagt, da könnte jetzt vielleicht Ditken sein Comeback geben. Ja, aber warum? Der wird ja nicht anfangen in der Startelf. Der wird gerne zum Einwechseln am Anfang. Aber weißt du, wie dann Kuhn gebraucht hat, bis der wieder in der Startelf war? Das stimmt, ja. Das hat mich ziemlich genervt übrigens. Ja, wenn der dann Ditken direkt von Anfang an bringt, das wäre ja sehr komisch. Das stimmt. Aber, ne, du hast jetzt ja auch, ja, weiß nicht, ob das jetzt auch mit, das ist jetzt auch, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair anderes gegenüber, aber er hat jetzt nicht gefehlt, ne, seitdem er vom Platz geflogen ist. Er ist natürlich ein wichtiger Spieler oder kann ein wichtiger Spieler sein. Und klar ist so Schipnowski der erste Kandidat, der da raushält, aber die Frage, die ich mir stelle, ist halt, spielst du gegen den HSV dann eben auch, hast du die Eier und spielst mit Chiere und Schäffler vorne? Schipnowski, Spadelschi, Chiere und Schäffler. Genau. Nein, aber das ist ja das Ding, ja, wenn du den Chiere eben vorne rausnimmst, ja, und nur mit einem Stürmer, also mit Schäffler spielst, das kannst du eigentlich nicht machen. Du musst eigentlich so spielen. Ja, ich denke, das passt doch jetzt so gerade so von Raumaufteilung und Laufwegen und sonst irgendwas, hat sich das ja schon ganz gut etabliert. Und ich meine, es kann ja jeder, ich sag mal, noch mehr Fokus haben, dass sie weit mit nach hinten arbeiten und so weiter. Ich meine, gerade Schäffler ist ja auch so ein Arbeitstier. Ja. Eigentlich kannst du einen Andrist auch draußen lassen und den als Joker bringen. Weil wenn du den direkt jetzt wieder reinbringst nach der Sperre, weiß ich nicht, er muss ja auch irgendwas lernen. Außer er bietet sich so stark im Training an, dass kein Weg an ihm vorbeigeht. Ja, andererseits ist er natürlich deutlich erfahrener und dann vielleicht gerade in so einem Spiel gegen HSV, Stadion voll und sonst irgendwas, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Rehm dann auch sagt, okay, da nehme ich den Andrist mit all seiner Erfahrung. Also ich würde davon ausgehen, dass das Andrist gegen Hamburg in der Startelf steht. Und der erste Halbzeit vom Platz liegt. Nee, das glaube ich nicht. Der macht den Andrist. Der war doch auch direkt von der Sperre wiedergekommen und wieder vom Platz. Ja, aber nicht im Pokal. Gut, das stimmt. Klar, also wenn du den gut veranlagten Spielern auch den Rücken stärken willst, dann hat er einen Denkzettel bekommen, war nicht im Hessen-Pokal dabei, hat jetzt seine zwei Spiele Sperre abgesessen und dann kann er da wieder reinkommen und das ist ja auch einer. Ja, und er macht dann in der 85. Minute den 1-0-Siegtreffer und schon ist die Geschichte geschrieben. Der macht mit dem 5-1 den Deckel drauf. Oder so. Nein, jetzt wollen wir mal nicht abheben. Ich noch etwa fehlt beim 0-0-Store. Die Sonja wieder mit ihrem Realismus, das ist ja ekelhaft. Ja, nee, also klar. Also HSV ist, gegen Pauli hatte ich überhaupt kein gutes Gefühl und es hat irgendwie geklappt und jetzt gegen Hamburg weiß ich gerade noch gar nicht, was ich so dann fühlen werde. Was wir auf jeden Fall wieder machen sollten, ist vor dem Spiel ins Chilis gehen und Hamburger essen. Das haben wir gegen St. Pauli gemacht und das hat super geklappt. Ja, CJ hat reserviert für 18 Uhr. Ja, sehr gut. Mit Rettich und Rettich. Jetzt nicht für alle Hörer, aber... Können gerne alle vorbeikommen, aber reserviert haben wir dann nicht für alle. Gegen Pauli kam ich aber so spät, dass ich nichts mehr konsumieren konnte dort. Ja, das ist natürlich dein persönliches Pech. Dieses Mal ändern und ja. Gut, dann blicken wir nochmal kurz weiter. Der HSV, haben wir gehört, spielt dann am Wochenende drauf gegen den 1. FC Köln und auch wir spielen gegen Köln, nämlich gegen Fortuna. Auswärts sonntags, schon wieder, Sonntag, 4.11.14 Uhr bei Fortuna Köln, die jetzt gerade ihren Trainer abgeben mussten, den Uwe Koschinat, der in die Zweitliga zu Sandhausen gewechselt ist. Und wer ist da der Neue jetzt bei Fortuna? Haben die schon einen neuen? Ich weiß es gar nicht. Oder haben sie noch eine Übergangslösung? Ich glaube, anfangs hat er erstmal irgendwie so Co-Trainer oder irgend sowas, glaube ich, übernommen, aber haben die schon? Gerade mal gucken. Was gibt es denn hier so in News bei Fortuna? Lottner ist im Gespräch. Lottner und Stögers Co-Trainer-Kandidaten bei der Fortuna? Fragezeichen. Okay, also ist offensichtlich noch nicht sicher. Na ja, gut, ich meine, bis übernächste Woche, wenn sie gegen uns spielen, dann werden sie wahrscheinlich ihren Trainer haben. Sehen wir dann. Völlig egal. Völlig egal. Und dann die Woche drauf. Ja, wobei, Entschuldigung, unser Trainer mag es ja nicht, wenn sowas passiert, weil dann unser Videoanalyst ja, also die Arbeit ist dann ja so ein bisschen in der Schwebe. Man weiß es ja nicht. Genau. Man weiß es nicht. Man tappt im Dunkeln, wie der Gegner dann wohl sich vermiert. Ja, wie der dann was wieder ändern. Ja, da kann der Videoanalyst mal schöne Woche freimachen. Auch freikriegen. Auch gut, ja. Zu Stefan Andres in die Schweizer Berge fahren. Oder, ich weiß nicht, ob der weg war, das habe ich jetzt einfach nur so dahin gesagt. Das klingt aber gut. Das war aber auch meine Vermutung, dass er vielleicht mal ein bisschen runterkommen dürfte. Ja. In der Heimat. Genau, mal ein bisschen frische Bergluft. Okay. Ja, also nach Fortuna denke ich mal, dass wir dann unsere nächste Podcast-Folge aufnehmen werden. Aber falls nicht, da kommt die Woche drauf. Montagabends unser erstes Montagabend-Heimspiel. In der Drittliga zumindest. Gegen Carl Zeiss Jena. Gut. Aber ich denke, vorher hören wir uns schon wieder. Ja. Dann. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel News rund um den Verein. Die Jugendlichen haben jetzt auch irgendwie ein bisschen Pause gehabt. Die haben ja nur so 14er, nee, 14er oder 12er liegen. Nee, 14er sind es. Also die haben eh nicht so viele Spieltage. Da war jetzt auch ein bisschen Pause. Die U, wer war es denn? Die U17 in der Junioren-Bundesliga, die hat gespielt und bei VfB Stuttgart verloren, obwohl sie ganz gut gespielt haben. Das ist so das Einzige, was gerade war, glaube ich. Ja, die Dings, die Irgendeiner hat gegen Offenbach verloren, das ist schon länger her. Ja, das war, glaube ich, die U19. War das die U19? Ja, das ist aber auch schon ein paar Wochen her, glaube ich, wieder. Ah, okay. Aber ja, da sieht es nicht mehr ganz so nach Wiederaufstieg aus. Ja, mal gucken. Dann, apropos U19, Jonah Leibold, der wurde für einen Lehrgang des U19-Perspektiv-Teams, also DFB U19, nominiert. 9. bis 16. Oktober, das war ja schon. Habt seitdem nichts mehr gehört. Also ich nehme an, der war dann da. Im Rahmen des Lehrgangs wird das Team als 22. Mannschaft beim U18-Sichtungsturnier in der Sportschule Wedau in Duisburg teilnehmen. Klingt sexy. Naja, wie das halt so ist, in diesen Nachwuchsauswahlen, da muss ich dann halt irgendwie da mal so ein bisschen ins Blickfeld spielen. Aber wir haben ja sonst nicht viele, oder wir haben sonst keine Nachwuchsnationalspieler oder sowas, von daher kann man das ja mal erwähnen. Gut. Mehr News rund um den Verein habe ich eigentlich auch gerade nicht. Habt ihr noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas? Ja, weiß nicht. Ist euch noch irgendwas aufgefallen, untergekommen? Nö. 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 Dann habe ich hier noch eine Meldung eigentlich noch so aus der Liga. Chemnitz hat ja auch irgendwie mit Insolvenz und so zu tun. Nee, nicht aus der Liga. Die sind ja abgestiegen, oder? Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, genau. Die sind ja letztes Jahr mit der Insolvenz, hatten sie den Punktabzug und sind abgestiegen. Aber da geht es gerade auch so ein bisschen hin und her. Insolvenzverwalter, der versucht natürlich dann noch Kohle einzutreiben. Ich glaube, es hatten erst 20 Prozent der Mitglieder, haben erst ihren Jahresbeitrag bezahlt. Und dann kam sie auf die Idee, dass doch eigentlich die Stadt dem Verein was zahlen sollte, dass er das Stadion benutzt. Und schließlich wird das Stadion ja so zu unknutzt. Das wird völlig logisch. Absolut. Herrgeleitet, oder? Mich ganz überzeugt. Das Allerbeste ist natürlich, warte mal, wo habe ich die Meldung jetzt hingepackt? Und zwar, das Stadion sollte eigentlich hier, der Insolvenzverwalter hat sich auch in der Frage des künftigen Namens des Stadions an der Gellertstraße geäußert. In seinem Schreiben an die Stadträte schlägt er vor, die Anlage sollte künftig Arena für Weltoffenheit, Toleranz und Fairness heißen. Ich meine, klar, die maulen ja gerade in Chemnitz, da haben sie ein Thema, da wollen sie auch vielleicht mal ein starkes Signal gegen Rechtsradikalismus sitzen. Sehr ehrenwert. Aber dann Arena für Weltoffenheit, Toleranz und Fairness könnte man schön abkürzen. Die WTF Arena. Jeder, der sich im Internet so ein bisschen bewegt. What the fuck? Die WTF Arena. Geil, ich mag diesen Insolvenzverwalter, der hat bestimmt noch mehr so Finger drauf. Fantastisch, oder? Der Insolvenzverwalter, den würde ich gerne mal auf ein Bier zusammen in der Kneipe treffen mit dem Scout von Hessen Dreieich. Das ist auch eine schöne Kombination, ja. Ich würde die Arena ja, Arena, was, wie, Weltoffenheit, Toleranz und Freibier. Auch gut, ja. Ja, sehr schön. Gut, damit sind wir eigentlich schon quasi in der Kategorie Buntes. Das ist ja eigentlich eine perfekte Überleitung. In der es auch nicht so viel gibt. In unserer Saisonwette tut sich eigentlich nichts. Weder Blacher noch Müller haben in letzter Zeit getroffen. Das war mit letztes Jahr ja auch so. Ja. Das ging sehr, sehr langsam los. Genau. Aber das hat einen anderen positiven Effekt. Es hat uns nämlich Post von unserer Hörerin Jana erreicht. Die nämlich auch eine Saisonspende jetzt aufgesetzt hat. Und die hat sich einen ganz interessanten Modus ausgedacht. Warte mal, das muss ich mir gerade nochmal hier aufrufen. Und zwar, sie hat 100 Euro Startkapital und zieht ein Euro ab für jedes Tor, das ein Ex-Wenen-Spieler in dieser Saison in der dritten Liga schießt. Es gibt insgesamt 27 Ehemalige in der dritten Liga. Also von uns, die halt jetzt bei anderen Drittligisten spielen. Da schreibt sie so schön dazu. Davon drei Torhüter und ein Strohengel. Die Formulierung fand ich ganz herrlich. Ja, und der aktuelle Stand ist Lorenz 1, Königs 3, Widowitsch 1, Blache 1, Ruprecht 1, König 2 und Schnellbarer 1. Macht zusammen 10. Es sind also noch 90 Euro im Topf. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass die alle nicht so viel treffen, dass die Jana eine schöne Saisonspende am Ende zusammenbekommt. Bist du jetzt mit mir in einem Boot, Gunnar, dass du hoffst, dass die Ex-Ex-Spiele nicht so auftreffen? Ja, ich muss mal gucken. Wenn es nur die beiden sind, ist es ja in Ordnung. Dann können die noch, da kämen dann jetzt noch 14 dazu. Dann wären am Ende noch 76 Euro für einen guten Zweck. Das ist schon in Ordnung. Was ist denn, wenn es über 100 Tore werden? Schicken wir dann Insolvenzverwalter zu Ronny König? Oder zu Jana, weiß ich nicht. Grüße jedenfalls. Beide wahrscheinlich. Genau. Da kommt Peter Zweigert. Das hat man vor der Saison nicht so ausgemacht. Da wissen wir mal. Was haben sie da gewettet? Also ich sage mal, Peter Zweigert wird ihren Wettansatz als besser oder als sicherer empfinden als deinen. Ja, das stimmt. Die Torwetter angeht mit dem Pokal-Schluck. Mein Einsatz geht beständig in die Höhe. Jetzt waren ja auch schon wieder sechs Tore im Hessen-Pokal und fünf Tore in Karlsruhe. Und die zählen ja eh schon doppelt dadurch, dass wir in der zweiten Pokalrunde sind. Ja, das Urlaub gestrichen. Sollte es tatsächlich zu einer Sensation gegen den HSV kommen, dann würde das ja nochmal verdoppelt. Und dann wird es schon langsam teuer. Also momentan stehen wir bei 73 Euro. Ja. Dann gibt es den Sportgroschen für den Gunnar. Nee, es ist in Ordnung. Ich gebe das gerne und jeder Euro ist well spent money, wie ich immer gerne sage. Es ist ja für einen guten Zweck. Genau. Du unterstützt damit einen unabhängigen Podcast vielleicht. Nee, da habe ich mir übrigens der Podcast eures Vertrauens hat jetzt, ich hoffe es zumindest, höre ich mich jetzt besser an. Ich habe mir tatsächlich ein neues Headset geleistet. Ihr könnt mir ja mal Rückmeldung geben, ob es jetzt von der Audioqualität besser war als vorher. Und ob ich nicht mehr ganz so sehr hier in mein Mikro puste, wie ich das sonst manchmal gemacht habe. Da habe ich tatsächlich so Schnaufgeräusche. Ich kann ja auch nichts dafür. Gut. Ja. Und direkt nochmal hier hergeschraubt. Ja, aber anscheinend soll ich jetzt auch nicht mehr das Problem haben, dass ich so etwas leiser aufgenommen wurde. Ja, also heute ist es ganz okay, denke ich, obwohl du angeblich nichts gemacht hast. Wir werden das beobachten. Ja gut, also nichts gemacht ist relativ, weil mein einjähriger Sohn es auch immer toll findet, an meinem Laptop irgendwas zu drücken, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Und er hat auch schon Tastkombinationen gedrückt, die ich nicht kannte und wo ich dann erstmal mich informieren musste, wie ich das rückgängig machen kann. Am Display, was verstellt ist. Von daher hat er vielleicht auch da den richtigen Knopf gedrückt oder die richtige Tastenkombination und das ist das nächste Mal schon wieder anders. Ja, den können wir brauchen, das ist ein Talent. Genau. So, das zu den Saisonspenden und wo wir hier so gerade bei den Kurzmeldungen sind, dann haue ich gerade noch raus, Björn Ziegenbein beendet seine Karriere. Der ist uns ja auch noch in Erinnerung, hat ja hier, wie lange hat er hier eigentlich gespielt, habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut. Ist jedenfalls damals bei Gino Lettieri irgendwie so ein bisschen in Ungnade gefallen. Die beiden konnten sich glaube ich nicht so ganz gut leiden. Und kaum, dass er weg war, dann spielte er dann erst bei Rostock. Ich glaube für Rostock hat er dann mal einen Doppelpack in Wiesbaden geschossen. Und war ja dann noch bei diversen anderen Vereinen. Und der hat jetzt, was denn eigentlich, irgendeine Verletzung. Und es geht nicht mehr. Wird wohl Sportinvalide. Was war es? Blablabla, er ist jetzt schon seit lange in, ja genau, Knorpelschaden im Knie. Und war jetzt elf Monate in der Reha und es wird wohl nichts mehr. Und ja, das ist sehr bedauerlich. Es ist immer schade, wenn da jemand aufgrund von Verletzungen dann die Karriere beenden muss. Und gerade sowas, das ist ja auch irgendwas, was sich dann auch, ich sag mal, nach deiner Profikarriere möglicherweise auch noch belastet. Also das ist eigentlich keine schöne Sache. Wir wünschen ihm alles Gute. Ja, auf jeden Fall. Gut, so und dann kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Tages. Das, was sonst der Anfang ist, ist heute fast schon der krönende Abschluss. Nämlich Sonjas Groundhopping-Berichte. Du hast uns da einiges mitgebracht. Hab ich das? Zumindest hast du das so angekündigt. Und wenn man dir so auf Twitter und bei der Groundhopper-App folgt, dann kam da einiges zusammen in letzter Zeit. Dann weiß man schon alles. Ja, aber ich hab schon vorhin die Frage gestellt, ob man denn ein Heimspiel bei Eintracht als Groundhopping bezeichnen kann. Sonja? Ist noch da? Das macht mich jetzt fertig. Achso, ich dachte schon. Das Problem ist, wenn ich jetzt nur noch die neuen Grounds mache, dann beschwert der Gunnar, dass da was fehlt und so. Ja, gar nicht, beschwere ich mich. Genau. Schieß los. Leg los. Ich glaube, ich muss das heute mal rückwärts angehen. Okay. Weil ich ja auch deswegen jetzt später hier dazugestoßen bin. Ich weiß nicht, ob ihr das erwähnt habt. Wir haben erwähnt, dass du im befreundeten Ausland bist und am Hoppen warst. Mehr Details haben wir noch nicht verraten. Wo bist du gerade, Sonja? Ja, ich bin gerade in Kopenhagen. Immer schön, immer schön. Immer schön auf jeden Fall und war beim Bröndby-Spiel. Bröndby-Heimspiel. Die haben, heute ist ja Montag, die haben auch mal wieder ein Montagsspiel. 19 Uhr haben die angefangen, deswegen habe ich jetzt hier mich beeilt auf dem Rückweg. Die haben gegen Odense BK gespielt und meine Güte, ey, was ist mit Bröndby los? Das ist fürchterlich. Die waren letztes Jahr so gut. Die haben alles in Grund und Boden gespielt. Und jetzt sind sie wieder ungefähr so, wie ich sie so vor vier Jahren kennengelernt habe. Als du dich in sie verliebt hast. Ja, so mehr oder weniger. Da müsste doch jetzt das Herz aufgehen. Ja, ich kann damit noch nicht so richtig viel anfangen. Okay. Es ist eins zu eins ausgegangen. Es war eine ganz schlimme, langweilige erste Halbzeit. Hat sich Zorniger abgenutzt? Ist seine Masche durch? Hält die nicht länger als ein Jahr? Also angeblich stehen sie noch alle voll hinter ihm. Das muss man dazu sagen. Ja, gefährlich. Wenn sie sich vor ihn stellen würden, wäre das eine. Aber hinter ihm, da könnten sie ein Messer in der Hand haben. Ja, richtig. Ich habe mich da auch mit ein paar Leuten getroffen, so von Bröndby und so. Davor vom Spiel. Ein paar Hardcore-Fans. Du kennst Hardcore-Fans von Bröndby? Cool. Ja, ich bin ja mit einem zusammen fast gestorben in Gang. Was? Es schweißt ja zusammen. Okay. Ach so, als du da einen Block gekotzt hast. Richtig, richtig. Genau. Für die Neuhörer, wir verweisen auf Folge 30 circa. Ja, was vorm Spiel sehr lustig war, die sind da irgendwie so eine Clique und da kennt auch dann irgendwie jeder jeden und dann kam die Vereinslegende, wurde angekündigt und dann hieß es so, hier, du musst unbedingt der Deutschen guten Tag sagen und dann war das Kim Wilford. Ach komm. Sagt euch was? Ja, eben im Euro 92, ne? Richtig, deswegen wurde er natürlich auch gleich der Deutschen vorgestellt. Ja, okay. Meinte aber dann ganz charmant so, du bist bestimmt so jung. Ja, aber natürlich, du sagst es ja auch, 92 ist ja, weiß man ja. Natürlich. Der ist halt, also der arbeitet noch fünf Verein, der ist ja da auch irgendwie so Rekord, weiß gar nicht, Torschütze, irgendwie sowas. Ja gut, aber Brandby hat ja eine ganze Reihe großartiger Spiele gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Also waren die Lautrupps nicht auch aus Brandby? Oder bin ich da jetzt verkehrt? Also gespielt haben sie da, soweit ich weiß, auf jeden Fall aus. Ja, müsste. Ja, also ich meine, dass sie da ihre Profikarriere begonnen hätten, beispielsweise. Okay, weiter. Micha wollte, glaube ich, gerade einhaken. Ja, ich wollte nur kurz sagen, also der Verweis auf, das war Folge 29, Pyrotechnik bis zum Erbrechen. Ah, genau, 29. Vielen Dank. Nee, aber das Spiel muss ja noch zu Ende erzählen. Also zweite Halbzeit wurde es dann besser und haben sie auch zwei Abseits-Tore geschossen. Eins davon war auch kein Abseits. Das fand ich sehr geil, weil die zeigen dann manchmal diese Szenen nochmal auf der, naja, Videoband ist es nicht, aber auf den Leinwänden. Das finde ich manchmal sehr stark. Das gießt so geil Öl ins Feuer und das eine war halt kein Abseits. Okay. Das ganze Stadion dreht natürlich erst mal voll am Rad. Ja, haben beide leider nicht gezählt. Dann hat noch irgendwie der Torwart einen Fehler gemacht. Brandby-Spieler allein vom leeren Tor und nagelt den halt an Frosten und so Sachen. Dann machen sie in der 83. endlich das 1-0 und alle, ey, komm, das wurde so Zeit, jetzt haben wir es doch geschafft. Was ist im Gegenzug? Kassieren sie das 1-1? Ei, ei, ei. Das war echt so körperliche Schmerzen, so ein Spiel war das. Mhm. Okay. Aber ich war mal wieder hier. Ja, genau. Aber Brandby ist jetzt für dich kein neuer Ground. Da warst du schon öfter, oder? Nee, da war ich schon ein paar Mal. Ja. Genau. Ist ja auch noch nicht so lang her, dass ich da deren letztes Saisonspiel gesehen habe, wo sie dann die Meisterschaft dann endgültig verkalkt haben. Mhm. So schlimm war es dann heute nicht. Das hast du ja hier auch schon berichtet, ja. Genau. Okay. Nee, und sozusagen auf dem Weg, wenn auch nicht ganz auf dem Weg hier nach Kopenhagen, habe ich dann noch die Superliga wieder voll gemacht, die dänische. Die Superliga ist die erste Liga in Dänemark, ne? Genau. Ja, okay. Weil, ich hatte sie ja letztes Jahr schon, aber es gab zwei Aufsteiger, die ich beide noch nicht hatte und die habe ich mir gestern beide eingesammelt. Ah, ja, genau. Da gab es Rückfragen auf Twitter. Das sollst du ausführlich berichten, wie du die Liga wieder komplettiert hast. Schönen Grüß an den Jens. Ah, nee, hatte ich glaube ich vorhin schon erwähnt, ne? Egal. Kann man immer grüßen. Ja, genau. Ja, also ich bin, ich habe in Randers gepennt. Randers? Ich kenne nur Würzburg-Randersacker. Warnerstedt. Auch schön. Warte mal, ich gucke mal gerade hier auf Google Maps. Erzähl mal weiter. Nee, jedenfalls bin ich von da aus dann in den Norden gefahren. Nach Winsüssel, beziehungsweise nach Jöring, da spielen die. Das ist schon wirklich, also wer mal irgendwie mit der Fähre nach Norwegen fährt, das ist schon fast da oben bei Hirzhals, also nur noch so ein paar Kilometer weg, wo dann die Fähre nach, also nach Christiansand hochfährt. Das ist so der nördlichste Punkt. Genau, da kam ich mal andersrum. Ich habe vorher das Spiel in Christiansand geschaut, da vor zwei Jahren und bin dann von Christiansand nach Hirtshals gefahren, genau. Ja. Und da oben, die haben gespielt gegen Horsens. Und das war, ach du liebe Zeit, das Stadion konnte man auch kaum so nennen und da waren auch kaum Leute und es war zugig und so eine improvisierte Holztribüne, auf der ich saß, auf der ich auch quasi allein saß. Ach du liebe Zeit. Das war gestern? Ja. Also gestern als, wo du auch KSD gegen Wehen hättest gucken können. Was willst du mir denn damit sagen? Nichts. Mein Tag war ja noch nicht zu Ende. Okay, also zu Wend-Süssel gibt es nicht mehr zu berichten. Wie ist denn da, weiß ich nicht, das Stadion ist offensichtlich nichts, hast du gerade gesagt. Auch sonst gibt es da nichts. Okay, haken wir ab. Spiel war auch nichts. Spiel war auch nichts. Wir haben es einzeln verloren. Ich bin ein bisschen früher gegangen, damit ich das andere noch erwischen konnte. Kannst du den Sticker in dein Stadionsammelalbum machen. Ja. Ich habe hier in unserem Dokument habe ich Wend-Süssel-BK geschrieben. Das stimmt auch gar nicht. Die heißen FF, aber gut. War mir dann auch schon beim Aufschreiben wieder egal. Ja, okay. Und das Kontrastprogramm eigentlich war dann der andere Aufsteiger. Das war Weile-BK. Die haben allerdings auch einen geilen Gegner gehabt. Die haben gegen den FC Kopenhagen gespielt. Und ich habe es geschafft, da runter zu fahren und es einigermaßen zu erwischen. Ich kam irgendwie rein, da waren acht Minuten gespielt oder so. Also es war ein bisschen auf Kante genäht. Das sind schon, wie weit ist das? Zwei Stunden oder was? Ja, ist gut zwei Stunden. Okay. Deswegen eigentlich genau diese Differenz hatte ich dann. Mhm. Und um das auch schon mal vorweg zu nehmen, ich bin dann auch schnell nach dem Spiel wieder zurück, weil ich einen Parkplatz hatte, der war nicht so weit vom Stadion weg. Aber auf dem konnte ich nur parken, weil der begrenzt war auf zwei Stunden parken. Achso. Und meine Historie mit Strafzetteln in Dänemark ist ja bekannt. Ja. Wir verweisen auf Folge. Ich weiß nicht mehr welche. Gab es aber schon mal die Geschichte, ja. Genau, die wollte ich nicht weiter anwachsen lassen und deswegen bin ich dann recht schnell auch wieder nach dem Spiel zurück. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Das war halt auch ein richtiges Stadion. Also jetzt so mit so vier echten Tribünen und zu und passen, glaube ich, knapp 10.000 rein oder so oder glaube ich, knapp über 10.000 sogar und es waren 9.000 noch was da. Es war richtig gut voll. Ich stand dann bei den Heimfans, weil ich hatte mir schon so in weiser Voraussicht so, ach, Stehplatz kann ich mich irgendwo dazustellen. Aber da ist wahrscheinlich die Hälfte aus Kopenhagen gekommen, oder? Nee, gar nicht mehr. Also die hatten ihren Gästeblock halt voll. Okay. Aber ansonsten war das schon alles Heimpublikum. Okay. Und der Heimblock stand auch gut unter Strom. Die haben gut Alarm gemacht, Spaß gehabt, jeden Einwurf bejubelt und es sah auf dem Boden auch so aus, als würde ich mich da nie hinsetzen wollen. Es war ein Schmarsch aus Bier und weiß ich nicht, wie wahrscheinlich uraltem Dreck. Es war herrlich. Also das war schon alles so insgesamt nicht schlecht. Dann haben sie auch noch die Führung gemacht in der ersten Halbzeit noch 1-0. Haben es aber leider nicht über die Zeit gebracht. So 70. oder so haben sie einen Ausgleich kassiert. Direkt zwei Minuten später ist 1-2 und dann in der Nachspielzeit noch ist 1-3. Schade, wäre sehr geil gewesen, wenn die noch gewonnen hätten. Aber hat insgesamt doch einigermaßen Spaß gemacht. Ja, und jetzt hast du die Superliga wieder vollständig. Da habe ich sie wieder voll, ja. Und ich habe mir das auch erklären lassen heute von den Brünnby-Leuten. Die meinten irgendwie, jeder mag Weile eigentlich. Okay. Dänemark. Ist das so ein Everybody's Darling? Wie kommt das? Ja, weil die wohl so Tradition haben auch und wohl auch viele gute Spieler schon ausgebildet haben. Also dass viele gute dänische Spieler daherkamen. Längere Tradition als Brünnby könnte man mal einwerfen. Gut, Brünnby ist ja auch noch nicht so alt. Ja, die sind auch irgendwie mal so fusioniert worden, glaube ich, aus verschiedenen Kopenhagener Vorstadtvereinen, oder? War das nicht so? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Du stellst Fragen, ey. Ach, ich weiß auch nicht. Gründungsdatum ist, glaube ich, 1964 oder so. Ah ja, okay. Wirklich noch jung im Sinne von jung. Ja, aber genau, jetzt ist die Liga wieder voll. Ja, schön. Das heißt, du hast jetzt in zwei Tagen drei Spiele da in Dänemark mitgenommen. Richtig, richtig. Ja, gutes Programm. Wahrscheinlich unter den dänischen Groundhopern auch die Nummer eins gerade, oder? Am Wochenende. Ich weiß, man kann, glaube ich, keine Wochenenden vergleichen, oder? In der Groundhop, das wisst ihr jetzt auch nicht. Meinst du, dass jemand außer dir drei Spiele der dänischen Liga gesehen hat an dem Wochenende? Der Ersten, das wird schwierig. Wollte ich gerade sagen. Also viel mehr ist wahrscheinlich auch nicht drin gewesen. Naja, andererseits spielt die ja Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ach so. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Ja. Also ich hätte, als ich runtergefallen bin von Jöring nach Weile, hat auch gerade Randers gespielt. Ach so. Ich hätte theoretisch auch bei jedem eine Halbzeit gucken können, zum Beispiel. Okay. Aber okay, man kann zumindest problemlos vier Spiele gucken, ja. Oder fünf vielleicht sogar, ja. Ja, je nachdem. Also für so richtige Groundhopper ist das schon mal ganz gut gelegen, ja. Ich meine, die Distanzen sind nicht so groß und die Spiele einigermaßen verteilt zeitlich. Das heißt, da kann man so am Wochenende einiges mitnehmen. Okay. Ja, also gerade wenn es irgendwie auf Jütland halt alles ist. Ja. Okay. Ja, dann gehe ich nochmal zurück. Eintracht habt ihr schon erwähnt, da war ich beim Europapokal gegen Lazio. Ja gut, hat wahrscheinlich jeder auch irgendwie mitbekommen. Das war schon ein ziemlicher Rausch, in dem die Sita gespielt haben. Das war schon ziemlich geil. Ja, aber ich überlege gerade, ich glaube, das habe ich gar nicht gesehen, wo, wir hatten eine Europa League, wer überträgt denn das eigentlich? Also der Sohn überträgt alles. Achso. RTL Nitro. Genau. Ach du liebe, ne? Ein Spiel oder so, ne? Das müsste aber auch auf Nitro gelaufen sein. Ja, ich glaube, das kam auf Nitro. Aber ich hatte auch Sky noch angemacht und dachte so, wo ist jetzt die Europa League? Und dann hatte ich auch schon keinen Bock mehr. Ja, ich glaube, ich habe sogar tatsächlich an dem Tag in Datsen reingeschaut. Ich glaube, ich habe da sogar was gesehen vor dem Spiel. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Datsen habe ich noch nicht so richtig so auf dem, ja, wortwörtlich auf dem Schirm. Also ich gucke da immer mal rein, ja. Macht eine ziemlich geile Konferenz. Ja, das ist ganz cool, weil die halt zwischendurch immer so einen Sprecher aus dem Offer haben, der irgendwie doch nochmal so eine kurze, so mit einem Satz dann halt nochmal überleitet, was da jetzt gerade so los ist. Das ist keine schlechte Idee, ja. Genau, hallo, Telekom Sports, keine schlechte Idee. Ja, da wäre eine, also ich meine, an sich ist Konferenz funktioniert ja eigentlich auch nur mit Spielen, die dich nur so halb interessieren. Ja, aber genau so ist es bei mir, wenn dritte Liga nicht Wiesbaden spielt. Ja, genau, richtig. Genau, dafür wäre es gut. Dann hast du irgendwie so einen Samstag mit so, was weiß ich, sechs Spielen und du denkst aber als Einzelspiel will ich mir da jetzt keins reindrücken. Ja, aber so eine Konferenz wäre da tatsächlich gut, ja, das stimme ich völlig zu, ja. Das macht der Zone richtig gut, finde ich. Ja. Okay. Ja, da hast du ja natürlich ein schönes Spiel gehabt, aber gut, ist ja im Prinzip ein Heimspiel. Sozusagen. Ja. Aber ich erwähne es der Vollständigkeit halber und der Freude halber trotzdem. Ja, ist in Ordnung, das sei dir gegönnt. Und ein letztes habe ich noch. Einen haben wir noch, okay, hau rein. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und zwar war auch eher spontan, weil mich letzte Woche eine Freundin eingeladen hatte, so hier sind ein paar Tage am Meer, ich feiere da meinen Geburtstag in Holland. Na ja, zwei Tage frei komme ich auch vorbei für eine Nacht, habe ich dann gemacht und es ging dann für mich zurück freitags. Und Freitagabend ist ja der Spieltag der zweiten holländischen Liga. Ja, das erwähntest du bereits, genau. Gelandet bin ich dann bei den Bosch gegen Dordrecht. Einmal mittendrin. Das war ein relativ langweiliges 1 zu 0. Dordrecht ist auch so Tabellenletzter und gut, irgendwann waren sie dann geknackt mit einem Tor. Das war jetzt, ja, ja, ja. Wie war da so die Atmosphäre? Ich habe es auch gerade nochmal versucht, mir irgendwie in den Kopf zu hauen, aber es war jetzt nicht so besonders. Weil ich bilde mir ein, dass die beiden Städte nicht so weit voneinander entfernt sind. Ja gut, das gilt ja für Holland immer. Ja, aber auch selbst für holländische Verhältnisse. Also das ist, ja, weiß nicht, geht ja schon fast als Derby durch, oder? Aber ich glaube, die haben nicht miteinander viel miteinander zu tun. Also gut, ich bin jetzt kein Intimkenner der holländischen Fanszenen. Ja, da hätte ich noch die Anschlussgeschichte gleich für die Hass-Rubrik. Okay. Dann heben wir uns die noch eben im Moment auf. Bitte? Wie viele Leute kommen dann in Holland in die 2. Liga? Unterschiedlich, aber ist jetzt nicht so der Knaller. Also vierstellig ist das, kriegen wir schon hin, aber ja. Wolltest du in den Bosch, was ja eigentlich, glaube ich, Sertorenbosch heißt, ne? Im Langland. Oder hast du das jetzt gesagt? Ja, ich habe es, glaube ich, auch nicht ganz richtig hinbekommen. Aber das ist so der Langnahme. Wurdest du da auch der Vereinslegende vorgestellt? Nein. Aber da kannte ich auch keine Menschen, da bin ich so reingeschlichen. Und ich bin durchs Tor, als der Anpfiff kam, also ich hatte da auch gar keine Zeit. Ich frage deswegen, weil die haben tatsächlich einen Weltklassespieler hervorgebracht. Einen holländischen? Mhm. Na? Quiz, 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 weiß ich es nicht. Rüth van Nistelrooy hat er, glaube ich, angefangen. Echt? Mhm. Bevor er zur PSV gegangen ist. Ich meine, der kommt daher. Ja. Ach nee. Lass mich gerade mal schnell nachgucken. Gut, ich habe nicht so viel vom Stadion gesehen, aber so sichtbar. Normalerweise werden so Legenden ja immer sichtbar gemacht. Entweder heißt dann so eine Tribüne nach denen oder sind 100 Mal an die Wand gemalt. Das ist mir jetzt nicht begegnet. Ja, bei den Bosch, ja, vier Jahre. Ja, ich glaube, der ist da aus der Jugend und dann da die erste Profistation, meine ich. Ja. Da scheinen sich ja nicht besonders stolz drauf zu sein. Ja, weiß ich nicht. Also, als ich da vor einiger Zeit dann in Groningen war, da haben sie ja da irgendwie so eine Ronald-Kuhmann-Tribüne und sowas. Ja gut. Vielleicht ist es auch nur, hatten wir vorbeigegangen. Also, da war ich dann schnell rein und fertig. Ja. Wo hat denn der eigentlich zuletzt gespielt? Der war doch dann in Hamburg. Ach, der ist dann nochmal nach Malaga damals gegangen. Aber ist auch schon Jahre her. Jetzt ist der Stürmertrainer in Eintorfen. Ja, der war ja mal Co-Trainer in der Nationalmannschaft, aber das ist auch schon wieder vorbei, ne? Okay, gut. Ja, wie ist da, weiß nicht, gibt es da noch irgendwas zum Stadion oder sowas zu erzählen? Was haben die da? Ehrlich gesagt ist mir da nicht mehr wirklich was in Erinnerung geblieben. Also, es war wirklich total unspektakulär, fand ich den Abend. Okay. Das hast du dann so mal zweite Liga, Holland, die sammelst du jetzt auch so nach und nach zusammen. Ich arbeite dran. Ja, du bist dran, ja. Okay, ja gut, dann, ähm, du sagtest, du hast noch was für die Hassrubrik, was sich da direkt dran anschließt, dann, äh, bitteschön. Beziehungsweise, was chronologisch davor geschaltet ist, und zwar, äh, ich sagte ja schon, ich war spontan in Holland, deswegen jetzt auch vorher nicht nach Karten geguckt oder so. Ich hab mir dann einfach Freitagmorgen gesagt, ich fahr heute zurück, äh, welche Spiele liegen auf dem Weg? Und dann hatte ich eigentlich auf dem Schirm, dass ich Wahlweig, stimmt das, die Ausprache? Wahlweig, ja. Gegen, äh, was war das, Ost, äh, gucke. Ost, das ist doch auch da gleich um die Ecke. Richtig. Und, äh, deswegen stand ich da vorm Stadion und habe keine Karte gekriegt. Das, weil es voll war, nein. Nein, eben nicht, das war das, das war, das war das Fiese, weil ich, ich stand halt am, so, hier gibt's Tickets und dann bin ich da hingegangen und hab gefragt, so, ja, hier, äh, wie komm ich dann an eine Karte? Da war so eine Frau, die grinst du mich nur dumm an, so, ja, Moment mal. Und dann stand ich da erstmal ein paar Minuten, da kam noch einer, der das gleiche Problem hatte, ja, Moment, und dann standen wir da irgendwie und, äh, da kam irgendwann so ein Typ an, so, der winkte uns dann rüber zu einem anderen Fenster, da ist, äh, nochmal so, ja, kriegen wir jetzt eine Karte? Ja, gar nicht. Wie, gar nicht. Ja, geht hier nur mit Klubkarte, gibt's nicht anders. Hä, wie komm ich jetzt hier zu dem Spiel? Ja, gar nicht. Ja. Ja, das ist dieses Klubkartending da in Holland, ne, das ist teilweise, ja. Genau, dieses Klubkartending, was eigentlich, was mir in der zweiten Liga so noch nie begegnet ist, muss ich sagen. Mhm. Und was mir auch noch nicht begegnet ist, dass es, wenn das Stadion wirklich nicht ausverkauft ist, dass es dann keine andere Möglichkeit gibt, da reinzukommen. Also es ist mir schon passiert, dass sie dann sagen, ja, hier mal deinen Ausweis her, ja, wir kopieren uns den mal, wir schreiben hier mal deinen Namen auf und so und dann kriegst du hier eine Karte. Aber die haben da einfach völlig auf stur geschaltet und die wurden dann auch so ein bisschen patzig halt auch noch. Mhm. Und ich habe aber nebenbei gesehen, dass da lauter Leute kamen und mit ihren Klubkarten halt dann Tickets gekauft haben und die wurden jetzt nicht gescannt oder irgendwie sowas, sondern die haben die nur so aus der Ferne gezeigt, so hier Klubkarte, so alles klar, hier bitte dein Ticket. Also die Klubkarte ist dann nicht automatisch eine Dauerkarte, das ist nur quasi so eine Registrierung und damit kannst du dann ein Ticket kaufen. Genau, das ist so eine Art Mitgliedskarte halt. Okay. Und konntest du da nicht einen anquatschen, dass er dir eine mitbringt? Ja gut, in dem Fall dann nicht mehr, nachdem die so patzig waren und da irgendwie so pro Minute so zwei Leute kamen, die Tickets gekauft haben. Er hätte sich halt mal 20 Meter weiter weggestellt, dass du nicht direkt vorm Fenster stehst. Ja, das war halt ein bisschen schwierig, weil da wirklich kein Mensch war. Also da bin ich schon aufgefallen und die haben mich schon so angefaucht. Ich hatte dann auch schlechte Laune, muss ich gestehen. Und hatte mir zum Glück rausgesucht, dass ich noch zu einem anderen Verein kann. Also das war dann nur 20 Minuten weg. Aber was mir da echt auf den Keks gegangen ist, war diese Art von diesen Leuten. Weil die sollen sich doch mal freuen, wenn es jemand für ihren Pissverein interessiert. Und ich habe wirklich, ich habe da geparkt vom Stadion, da war so ein Parkplatz, was weiß ich, da haben vielleicht 100 Autos drauf gepasst oder so. Der war lange nicht voll. Das heißt, kein Mensch hat sich für diesen blöden Verein interessiert. Und dann sind die da so patzig. Ich meine, wenn da Leute aus der Ferne ihre Clubkarte zeigen und dann ein Ticket dafür kriegen. Und dann stehen da ein oder zwei Leute, die halt keine Clubkarte haben. Ey, Alter, da sagst du, komm, hier, der Nächste, der mit der Clubkarte kommt, gibst du mir einen 20er, kriegst du auch eine. Oder hier, ich scanne deinen Ausweis und dann schreibe ich mir das auf und dann passt das. Aber die hatten so eine ekelhafte, überhebliche Art, dass ich hoffe, dass die absteigen, sonst kriege ich die Liga nicht voll. Ja, oder musst du halt irgendwann doch mal hin. Und keine Ahnung, hast du auch gesagt, du hast manchmal schon vorher die Vereine angemeldet und den Grand Carden hinterlegt oder so. Ja, ich ging ja in dem Fall nicht, weil es spontan war. Aber dieses Problem hatte ich in der zweiten holländischen Liga noch nie. Und wirklich diese Art fand ich so unangenehm. Strange, ja. Das ist ja, als würde der SVW sagen, wir brauchen sie nicht als Zuschauer. So, ja, guck mal, dein Stadion, natürlich, ne. Ja, manchmal hat man so den Eindruck, als würden sie das sagen. Vielleicht nicht wörtlich, aber... Aber genau so kam es rüber, ja. Die hätten wahrscheinlich noch Sicherheitspersonal geholt, wenn ich irgendwen jetzt gefragt hätte, so, hier, kannst du mir mit deiner Clubkarte mal eine Karte mitbringen? Also so auf dem Niveau waren die so angesiedelt. Ja, jetzt sind sie... Geil, jetzt habe ich einen holländischen Hassverein. Ja, das heißt, sie wirst... Das ist so quasi das Unterhaching der zweiten holländischen Liga. Richtig, richtig. Okay, verstehe. Die habe ich jetzt verhext. Also die gewinnen jetzt einfach kein Spiel mehr, habe ich beschlossen. Werden insolvent, weil sie ja mein Geld nicht wollten. Ja. Verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Vielleicht heißt der ein Stadion dann demnächst WTF Arena. Genau. Da sitzen so drei Leute, die noch irgendwo die Clubkarte gefunden haben beim Aufräumen. Ja. Ich habe gerade gelesen, bei Wikipedia steht RKC, bla bla bla. wird neben seinen Anhängern auch von organisierten Fanclubs unterstützt. Einer der größten ist die Supporters-Vereiniging. Vereiniging, ja. Vereiniging, Wahlweg. Dort können sich Freunde und Unterstützer des Vereins zusammenfinden und zum Teil Vorteile bei Kartenerwerb oder anderes erlangen. Klar. Also der Vorteil besteht darin, dass man Karten bekommt. Super. Könnt ihr ihr Pissstadion, wenn kein Mensch kommt, ey. Ja. Schade. Ja. Die haben am Spieltag danach gespielt, gleich auf die Fresse bekommen. Das verfolgst du jetzt aber intensiv, ne? Ich habe es jetzt gerade mal geguckt. Ja, okay. Die haben nicht mehr gewonnen, seitdem sie mich so verarscht haben. Ja. Gut, ich würde sagen, achso, Gio. Der Boch hat mich freundlich aufgenommen, das wollte ich nur so sagen. Das ist jetzt dein neuer Herzensverein. Weil du gefragt hattest, sofort wegen Derby-Charakter oder so. Bei denen war das kein Problem. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, es sind schon wieder zwei Stunden auf der Uhr. Wir kommen mal langsam zum Ende. Einen Rausschmeißer habe ich noch zum Schluss. Und zwar seit dem Spiel oder seit dem Sieg gegen Halle ist Rüdiger Rehmin der Trainer des SVW in Wiesbaden mit den meisten Punkten. Hat jetzt Gino Lettieri überholt. Und ja, sofern er uns nicht vorher von einem zweiten oder dritten Erstligisten abgeworben wird und er in der Rückrunde auch noch da ist, dann wird er wahrscheinlich im Februar gegen Unterhaching Gleichstand mit Gino Lettieri haben, auch was die Anzahl der Spiele hat. Und bis dahin natürlich noch viel mehr Punkte gesammelt haben. Ja, das ist noch so ein kleiner statistischen Gag zum Schluss. Und damit würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Bleibt uns gewogen. Schickt uns gerne Kommentare, Likes, Sternchen, Rezensionen, Dingsbums. Hört uns auf Spotify und auf YouTube und in iTunes. Hört uns überall. Es ist überall so ein kleines bisschen anders. Wer das rauskriegt, oder wer das rauskriegen will, der muss alle drei hören und vergleicht. Oh, sneaky. Mal gucken, ob wir vielleicht einen anderen Abspann in jedes einzelne Ding reinschneiden oder sowas. Okay. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, genau. Ihr werdet es nur rausfinden, wenn ihr es tatsächlich komplett hört. Zwei Stunden, dreimal. Okay, also dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.